Guck die kleinen süßen Froschis an! Hallo Azrael! Guck die kleinen süßen Froschis an! Let's kill it! Ich bin Frosch. Verdammt. Warum geht das so schnell? Kann ich retry? Azrael, wie viel hast du schon, hast du Final Fantasy Remake durchgespielt inzwischen? Hallo Radkwar! Nein! Ich bin doch kaum in diesem Dust drin ey. Ich bin doch kaum da drin. Geh raus! Sterben die dadurch, dass die das machen? Ah ne, die chillen da nur. Ich dachte, die sind tot. Was labert die da im Hintergrund? Hallo Marco! Leider noch nicht. Was a shame. Ich bin Pokémon am durchrennen. Aber nächste Woche will ich jetzt mal weiterspielen. Nice. Du bist Pokémon am durchrennen? Lass dir doch Zeit da mit. Mach's gleichzeitig mit mir. Hä? Hä? Wo bist du denn? Bist du jetzt schon in Gen 7 oder so? Okay. Na komm, jetzt wenn ich Goganga jetzt hier alles habe, dann mach ich jetzt die hier auch noch. Das ist ja ein Traum. Ein Stream pünktlich zum Feierabend. Ich weiß. Ich hab das extra so getimed. Gefeat die Enemies bevor sie vollkommen. Ähähäh. Mal gucken. Okay. Wie soll ich die denn so schnell besiegen? Achso. Schneller, schneller, schneller. Ah ne, der ist nicht tot. Da ist schon der Wolf. Wie soll ich die denn besiegen so schnell? Fully evolved. Fully evolved. Fully evolved. Okay, okay, okay. Shit. Fully evolved. Fully evolved. Fully evolved. Fully evolved. Fully evolved. Fully evolved. Okay, easy. Das ist ja einfach. Ich habe jetzt so unfassbar viel. Also, ich bin überhaupt nicht schnell. Aber ich habe die letzten Wochen immer mal wieder gespielt. Und halt die Maps. Hier hundertprozentet. Jetzt glaube ich habe jetzt hier alles. Ja, 18 von 18. Und jetzt könnte ich endlich ins letzte, nicht ins letzte Kapitel, aber in den letzten Bereich gehen. Nach Nibel. Und wird euch die Story beenden heute und morgen. Ich glaube nicht, dass ich heute es schaffe komplett durchzuspielen. Aber es macht sau Spaß, allein die Karten zu vervollständigen. Also, alles einfach zu machen. Aber ich muss jetzt das Flugzeug rufen und dann gehen wir ins neue Gebiet. Ein bisschen Angst. Hallo Mariko. Hallo. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Oder soll ich noch andere Sachen auschecken? Ich bin eigentlich ziemlich stark. Wenn ich hier so da reingehe, dann sehe ich das doch. Ja, das zum Beispiel. Hier habe ich zwei Sachen nicht gemacht. Die kann ich erst ab Kapitel 12 machen. Ich habe ewig versucht herauszufinden, warum ich die nicht machen kann. Und dann habe ich heute gelesen, erst ab Kapitel 12. Das ist ein Quatsch. Aber gut. Die alte Villa war im Original richtig creepy, aber auf eine gute Art. Hier, in dem Spiel, da war ich noch nicht. Da, wo Vincent ist. Vincent habe ich ja noch gar nicht getroffen hier. Aber wahrscheinlich kommt jetzt Vincent in den Nibel her. Unten im Keller, in der Gruft. Aber gut, dann gehen wir da mal hin. Du riefst? Aber ich glaube nicht, dass wir Vincent ins Team bekommen, oder? Ist wahrscheinlich so ein kurzzeitiges Party-Mitglied. Am Endeffekt muss er ins Team kommen. Vielleicht kommt er auch schon ins Team. Oh, wir müssen fliegen. Okay, okay. Wir fliegen, wir fliegen. Wohin? Oh Gott, nein. Wir fliegen. Ich habe heute Mittag das Gen 5-Skript komplett fertig geschrieben. Was passiert, wenn man ins Wasser fliegt? Und ich werde es morgen und übermorgen aufnehmen. Ich bin schon kurz davor, wieder den Screenscreen aufzubauen. Wo will der denn, dass ich hinfliege? Steuert der selber? Wie sinnlos ist das denn dann? Hallo Scout Lee. Du bist immer noch Pokerog süchtig. Ich bin es immer noch nicht. Ist das die Landebahn, oder was? Okay, okay, okay. Warte, das wird ein bisschen knapp. Wobei? Okay. Das ist einfach ein riesiger Ladebildschirm, wo man ein bisschen rumpfsteuern kann. 11. Wir sind in Chapter 11 von 14, glaube ich. Also es geht. Vielleicht spiele ich auch heute so lange, bis wir es durchhaben, aber ja, mal schauen, was es für coole Nebensachen gibt. See, Pirot. Hey, Sephiroth, warte auf. Bring mir die schwarze Materie. Hm? Black Materie. It's your boy. Einer von vielen. Bin's geil, wie tief er uns verziehen hat, dass wir sie in den Strom geschubst haben. Oh ja, er hat eine neue Stimme bekommen. Er ist, äh, ein kleiner, kleiner Labdog jetzt. Oh, hier können wir Odin kriegen. Ich dachte, ich hab jetzt alle, weil ich hab Odin mir geholt. Ich dachte, äh, ich hab Bahamut geholt. Ich dachte, das war's dann. Odin. Ei, 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 ei. Wie sieht hier Odin aus? Ich versteh's auch nicht, was an Pokorock so toll ist. Ich versteh's schon. Das ist halt ein Grindspiel. Das ist halt ein Roguespiel. Ein Roguelike. Red Aid? Der heißt Nakani. Nee, ist er. Nak-nak-nak-kami. Ni-nak-ni-ka. Nanaki, genau, sag ich noch. Hallo, Shinies Black. Ich sollte jetzt ziemlich stark sein, glaube ich. Jetzt, wo ich alles gemacht habe auf den anderen Stellen. In anderen Maps. Ich find's immer noch komisch, dass man nicht einfach zwischen den Maps schnell reisen kann. Jedes Mal muss ich das Flugzeug nehmen. Aber irgendwie müssen sie ja Sid reinbringen. Ich kill doch nicht alles, was hier rumschwirrt. Ne, was machen wir denn? Was machen wir denn das hier? Bestes Maskottchen. Ja, die Story von Red ist echt cool. Aber ich find, äh... Kite Sith ist auch cool. Bin ich gespannt, ob da noch ein bisschen mehr Backstory kommt und so. Warum er... Das ist ja das, was das Spiel ausmacht. Das ist das Gleiche, nur alle bekommen viel mehr Backstory. Oder eine viel ausführlichere Backstory. Ist Sid trotzdem spielbar? Äh, ich glaub nicht, ne. Bis jetzt nicht. Kann sein, dass im dritten Teil dann... Sid uns sich irgendwie anschließt als Kämpfer tatsächlich. Aber... Ich hätt kein Problem, wenn nicht. Sid ist so ein bisschen... Random so. Aber keine Ahnung. Also jetzt ist er einfach nur der Pilot, der uns von A nach B bringt. Keine Ahnung, was Valentine sein wird. Ich schätze, Valentine wird so wie Nanaki im ersten Teil sein. Dass er halt die ganze Zeit jetzt ein Gast sein wird für die letzten Kapitel. Ein Partygast oder so. Und dann im dritten Teil wird er zu einem festen Mitglied. So wie Red halt. Oder Yuffie. Will ich das alles machen? Irgendwie... Das Spiel ist nicht super lang, glaub ich, wenn man durchrennt. Aber... Wenn man alles die ganze Zeit macht, das ist ja schon ein heftig langes Spiel. Und... Ab einem gewissen Punkt... Und das ist bei mir bei sehr vielen Spielen so. Und das ist meine Schuld. Ab einem gewissen Punkt... Will ich das Spiel einfach nur noch durchspielen. Jetzt sind wir hier auf einer Map angekommen. Wo ich dachte, sich das Finale jetzt ereignet. Und jetzt ist hier wieder eine komplette Map, auf der ich alles machen kann. Dann bin ich so... Dann werde ich so ungeduldig so. Wenn man das Gefühl hat, es neigt sich dem Ende zu. Und es hört und hört nicht auf. Andere genießen das dann. Ich bin ja kein Fan von langen Spielen. Ich brauch keine langen Spiele. Muss ich jetzt hier durchschwimmen? Oder was für das Eulchen? Vögelchen? Warum ist da so ein Ding da oben? Das sieht mir nach etwas aus, wo ich einen Chocobo brauche. Als ob ich da klettern könnte. Cool, danke für nix. Wie komme ich da hoch? Kommen wir da hin? Odin! Ah, Odin. Fand ich in Persona 5 Royale schlimm, obwohl tolles Game. Ich hab Persona 5 angefangen. Quasi so das erste... Dieses erste fette Schloss halt. Fertig gemacht. Was ja... Das Tutorial im Endeffekt ist. Ja, willst du mir zeigen, wo lang? Okay. Was ja im Endeffekt das Tutorial ist. Was ja jetzt schon irgendwie sechs Stunden geht. Und dann danach hab ich's auch jetzt erstmal wieder weggelegt. Weil dann kommt das und das und das. Und ich denk mir so, oh mein Gott, das Spiel ist viel zu groß. Ich komm nicht klar. Es ist viel zu viel. Aber ich weiß, dass es ein großartiges Spiel ist. Diese ersten sechs, sieben Stunden haben echt Bock gemacht. Aber es ist eins von diesen Spielen, die man einfach am Stück... Vor allem am Stück spielen muss. Oder halt ohne zwischendrin was anderes. Und halt sich so voll drauf einlassen muss. So wie all diese Spiele, die über 100 Stunden gehen. Ich hatte schon beim Casino. Ich bin ja fast durch. Waren knapp 80 Stunden fertig. Fertig war ich jetzt erst bei 120. Ja, ich glaube im Schnitt braucht man 100 Stunden für Royale. Also für Persona 5. Was ist das hier? Was willst du machen? Okay. Ich sollte einfach versuchen, so schnell es geht ein Chocobo zu kriegen. Aber was ist das? Das ist bestimmt auch Chocobo-Sachen. Oder ich krieg einen Enterhaken. Kann ich an denen dann haken oder so? Anstatt, dass ich einfach den Weg gehe, folge ich jetzt irgendeiner Eule, die mir Sackgassen bringt. Warum sind hier überhaupt zwei Eulen? Ein Spiel, was für mich viel zu lang ist, was ich immer, immer wieder sage, war... Ich vergesse Okami. Okami hätte halb so lang sein können und es wäre trotzdem ein saugutes Spiel gewesen. Okami hat bei der Hälfte vom Spiel so eine Stelle, wo man sich sagt, oh, nice. Und dann geht es halt nochmal so lang weiter. So. Aber warum willst du die ganze Zeit die Eule irgendwelche Berge hoch? Nee, egal. Hello, Philipp. Wir machen erstmal eine Story und dann sehen wir, dann können wir wahrscheinlich besser überall rumlaufen. Und die Türme. Türme sind wichtig. Und dann werden wir wieder verwirrt sein, wenn irgendeine Story passiert. Weil es alles keinen Sinn ergibt. Wenn nichts erklärt bekommen. Tiefer, tiefer, tiefer. Mach bitte Assess. Ah ja, das Spiel ist jetzt komplett auf Englisch. Das ist... Toll, die, die ich Assessen wollte, waren jetzt gar nicht mehr da. Wie komme ich auf den Turm hoch? Vielleicht brauche ich für den Turm auch irgendwelche... Chocoboos. Die Turm-Chocoboos. Wie? Hier ist nichts irgendwo. Ich muss halt echt fliegen können, so ungefähr. Weil da drüben ist auch eine Höhle, wo ich rein muss. Das ist so ein typisches Fliegel-Lande-Pad. Kriege ich hier echt einen Chocobo, der einfach aus dem Stand fliegen kann. Und nicht nur gleiten kann. Ja, da gibt alles Sinn. Es sieht aber auch alles jetzt schon bedrohlich aus. Nein, lass den... Den muss ich scannen. Töte ihn nicht. Ich muss doch alles gescannt haben. Ich weiß gar nicht, ob ich das machen muss, wegen der Trophy. Aber für mich muss ich es tun. Alles scannen. Jedes Monster. Damn. Damn. Ja, du Eule. Hör auf. Die Eule muss rausgepatcht werden. Wenn man nirgendwo hin kann. Okay, da oben ist Kämpfen. Gott. Wie groß ist das? Oh Gott, wie groß ist das? Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Okay, wir gehen... Warte, wir wollen dem Chocobo folgen. Wo bist du? Little Choco. Little Chick. Chikobo? Wo ist das jetzt hin? Little Chikobo? Zeig mir, wo die Station ist. Hier war ein Chick. Wie heißt denn hier wirklich Chikobo? Oder ist wieder sowas? Geh mal. Alles setz. Lass die armen Heuschrecken rufen. Und Kack, Kack. Hallo Maya. Da ist Chikobo. Mit, mit eisigem Federschwanz. Da wird gekämpft. Wo läufst du hin? Da. Sehr gut. Vielleicht gibt's in dem Level gar keine Chocobo zum Reiten, sondern... Vielleicht haben wir wieder ein Fahrzeug. Vielleicht kriegen wir so ein Ding wie ein Tears of the Kingdom, auf dem wir hovern können. Flughaver... Flugzeug. Wusste ich, wie ich mich am Anfang beschwert habe, dass ich... Dass man immer ein Kissen ausgeben muss. Man hat viel zu viele Kissen. Null Problem. Okay, dann gehen wir jetzt auf diese Brücke. Und treiben die Story voran und sind verwirrt. Oh, das ist mein Zuhause. Mama. I'm home. Moment. She dead. Aber... Es ist die Tor, weil es ist ja eigentlich die Erinnerung von... Mator. Erstmal, warum ist es da? Stimmt. Zum Glück habe ich alles vergessen aus dem Original. Deswegen ist alles überraschend für mich. Hey, schau mal an das. Es ist... Es ist... Es ist... Brand new. Sie haben das ganze Stadt wieder neu gebaut. Hm... Ist doch gut. Freu dich doch. Ich dachte, Cloud might have lost it again. Ich meine... Ich dachte, er hat uns verloren. Und es ist anders. Gut, safe. So... Wer glaubst du, wir haben es gebaut? Shinra. Nichtsdestotrotz. Wir haben ein Terminal zu finden. Immer erst mal anders hingehen. Okay, man kann ja noch nix machen. Well, shit. A lot of robes out here. Ja. And look. Locals. Hm? Only they aren't quite the same, are they? Hello there. Can I help you? Greetings, good sir. I am a proud employee of Shinra Resorts. And since I was nearby, I thought I might pop in and check something on the company database. And your companions? Oh, them? They are... I used to live here until, you know. It's a fair enough. I see. And are you aware of what Nibelheim is now? Nope. No idea. Five years ago, Shinra assumed direct control over this village. It now serves as a treatment center for Mako poisoning. All property rights have been transferred. If that's why you're here, contact special facilities at Corporate. They'll be able to help you. Very helpful. Thank you, sir. Ah, but the database. I'm not be a wee minute. I'm sure you're eager to see your hometown, but please, don't stay too long. Hallo, nett. Tourismus. Ich hatte hier vor, all mein Guild auszugeben. Wir können Queensblood spielen. Können ein bisschen mit unseren Freunden reden. Frage. Ja. Es klingt total aus. Klinge mich, nicht wahr? Also, lass uns den pooren Ding, was er will und sehen die Ziele. Hey, nicht nur... Ich werde jetzt best friends mit Arisu. Hier war dein Tag, Leo. Er war tagig. Was soll ich dir erzählen? Ein Tag wie jeder andere. Ja. Mein Herz gehört tiefer. Verführ mich nicht. Das ist. Oh, sieht sehr kürzer. Ich bin. Ich bin. Entschuldigung. Ich sollte das nicht sagen. No, nicht mehr über das. Es ist alles neu für dich. Das bäude hier ist der Inn. where I stayed five years ago. You got the town hall, the general store, and that there, Tifa's house. Why are they still there? Spannend, Cloud. Sounds like something I'd do. Nice. If I was in your shoes, I would have been up here all the time. I'm gonna head down. Think I'm good where I am. I'll see you later. It's weird, it's all realistisch to see. If you don't mind. Are you angry? Mm-hmm. At me? Not at you. At everything. Must be nice. To have a friend you've known since you were a kid. Someone you can say, remember the time when? To someone you can reminisce with. I don't have anyone like that. And it feels like I'm being taunted for it. Which stings. More than it should. That is why I want to be alone. Plus, I might take it out on you. And I don't want that. I don't mind. Well, I do. And it'll only make me feel worse. Thank you though. Really. I'll be down in a bit. See you then. All right. The doctor will see you now. You certainly don't look ill. I mean, he has yellow hair. That's what I wish for. We're coming to the room. Why is... Hä? Why is that Hospice always so built in as Tifas house? Why are they building this completely new? Um it then to... You might have noticed, how some of our friends are here. You might have noticed, how some of our friends are here. In the room, in the room, instead of just... What? A Krankenhaus house. You know... Okay. Hm. I never understood it. Why did my dad go into the reactor? Why chase Sephiroth? Thought about it ever since waking up in Corel. It just seemed like such a bad idea. Why did my Corel go out? What did he think he was gonna do? Fight a famous war hero and win? Well, he didn't. But after moving to Midgar, after making a life for myself, I finally realized where my dad was coming from. He was angry. And he'd had enough. Everything he'd worked so hard for had been destroyed in an instant. All that he'd built for himself, for us, gone. Sephiroth had burned it to the ground. That's why he went, even though he had to have known how it'd end. I see. And like him, I took my pain, my grief, everything I was feeling. I took it all and turned it into anger. Anger that led me to Avalanche. The problem is anger doesn't last. So when Avalanche started to become more violent, there wasn't enough left to hold back the fear and the doubt. It was taking a toll. Then you turned up. Hmm, 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 hmm. Hmm! Like it was fate. Yeah, like it was fate. A lot's happened, but now that we're here, I know this was the right decision. Because now I know they rebuilt everything, tried to sweep what they did under the rug and pretend it never even happened. But I won't let them. I can't. Sephiroth and his cruelty. Shinra and their lies. I'm sick of all of it. Okay. Like me more. Every time we made eye contact, you'd look away. And when I tried to talk to you, you'd ignore me. Not surprised. I was a pain in the ass as a kid. I was the opposite. I needed everyone to like me all the time. I wanted nothing new to design. Oh, when someone was designed, then it's here Square Enix. This game is 150 GB gross. I'm not sure why that is myself. Because they just all everything completely designed and every area in the game. This is where we care for the patients. Was ist damals als Emulator gespielt und dann Jahre später auf der Switch? Das ist das erste Mal, dass du was vom Remake siehst. Ei, 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 ei. Ist schon, ist schon, vor allem wenn man vielleicht nie die anderen Medien von Final Fantasy 7 gesehen hat, wie keine Ahnung, Advent Children oder The Edge of the Cerberus oder wer ist das? Reunion Dingens. Dann ist man auf einmal so Cloud hat Ohrringe. Chill, 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 chill. Okay, da oben, warte, das war das tiefer. Ja, das war tiefer. Wo sind die anderen? Pareto, da ist Pareto. Häh, Sack. Advent Children ist geiler Film. So geile Action. Warum steht bei Aerith Deep End? Vielleicht habe ich bei Aerith die extra gute Sache gesagt. Zack, 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 Zack. Oh nein, ich will nicht wieder ein Zack-Kapitel spielen. Hier ist. Hier ist. Hier ist. Remember Claude, Remember Ja. He's coming back. Where are you? What happened to you? Well... Wird der Plotwist schon vorweggenommen? Das ist ganz anders, wie du in Erinnerung hast, denn das ist ja kein Remake. Das ist ein Rebirth. Ich erklär's gleich. Hi Benni, hallo. Habt ihr DVD auch? Hab mir auch die Uncut-Version auf Blu-Ray geholt. Der Film ist so mega. Aber wenn man das jetzt vergleicht mit Cutscenes aus dem Spiel, dann hat der Film richtig schlechte Grafik. Aber klar, der ist ja auch schon 15 Jahre alt oder so. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob der Plotwist weggenommen wird für die Leute, die nie das Original gespielt haben. Keine Ahnung. Also es ist ja kein 1 zu 1 Remake, wie du vielleicht denkst. Es ist ein Rebirth. Das heißt, alles passiert so, aber nicht komplett. Ihnen ist bewusst, dass alles schon mal so passiert ist. Und sie versuchen jetzt gerade, sie versuchen ihre, also nicht, dass es schon mal passiert ist. Aber sie wissen, dass sie, dass jeder quasi seinem Schicksal folgt und sie versuchen aus dem Schicksal auszubrechen. Und deswegen passieren alle Sachen gleich, aber ein bisschen anders. Zum Beispiel lebt Zack quasi. Aber wir wissen noch nicht genau, ob er in einer anderen Dimension lebt. Ob es einfach nur Parallelwelt ist oder ob es die Welt ist oder sowas. Aber ja, deswegen, wir spielen auch Zack ab und an. Wir haben den schon mehrmals gespielt, Zack. Nur halt woanders, nicht bei denen. Äh, okay. Next. Wo sind die anderen? Selbe Geschichte, nur anders erzählt. Nee, also nicht selbe Geschichte. Also grob gesagt selbe Geschichte, aber sehr ausführlicher erklärt. Vor allem die Charaktere haben viel mehr Backstory und viel mehr Dialoge. Aber manchmal passieren Sachen, die komplett das Gegenteil sind von dem, was ursprünglich passiert ist. Und vor allem der dritte Teil wird es dann zeigen, was sie machen. Der dritte Teil wird zeigen, wie weit sie weg gehen vom Original. Klingt kompliziert? Ist es. Es sind quasi zwei Zeitspuren entstanden. Die Zeitspur, die wir kennen vom Original und die jetzt hier. Und wir wechseln hin und her. Also ganz selten sehen wir eine andere Zeitspur, wo Zack überlebt hat. Es ist sehr kompliziert. Vor allem ist es, wenn man das Original nicht gespielt hat, ist es glaube ich noch komplizierter, weil dann checkt man gar nichts. Aber ich glaube dann nicht, dass alles aufgeklärt wird am Ende von dem Spiel. Klingt ein bisschen wie die Rebuild-Filme von Evangelion. Ja. Könnte man vergleichen. Ja was? W-what about say material? Woher? W-what about say material? Spielts jetzt doch im Stream weiter? Wie du gerade siehst? Yuffie? Sind die anderen weiter oben oder noch in einem Haus irgendwo? Hier war ich nicht drin. Oh Weapons, Mystic Collar. Die hab ich verpasst irgendwo. Okay. Meine Güte, warum sind die alle so gemein? Was wissen die, was ich nicht weiß? Ich kann nicht glauben. Ich sollte es wissen, dass es zu gut ist. Ich habe nur limitiert von dieser Konsole. Lass mich sagen. Limiert wird es nicht. Was meinst du mit der Arne, Kerl kann nur im Kreis fliegen? Ich muss eine Anarchy noch finden. Kann ich überall rein? Oh Gott. Ich glaube nicht, dass der Wirtschaft des Seberos neu veröffentlicht wird. Das war super unerfolgreich, oder? Hier ist noch gar nichts. Die hat dem Lied Text gegeben. Was? 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 Oh Gott. Was? Ich habe Deutschland des Seberos gespielt. Aber das war halt so ein 3rd Person Shooter-Klimber irgendwas. Und es war doch nicht einmal wichtig, oder? Für die Story war das doch relativ unwichtig. Hier ist ein Kartenspieler. Er spielt Karten. Oh Gott, okay. Witzig. Ich habe schon gegen einen Chocobo gespielt. Ich habe schon gegen einen Hund gespielt. Man kämpft euch gegen alles. Okay, ich sage mal, Nanaki ist einfach schon da oben. Jetzt sind alle hier. Warte, mit Nanaki habe ich... Jetzt habe ich... Oh, ich habe Nanaki übersehen. Oh, nee. Hey, Dave. Oh, you're gonna be okay. We're going on a hike and getting a keycard. Don't talk gonna be. You'll still be gone for a while. Sure there's nothing you need to take care of. I'm putting you in charge of provisions. But make it snappy. My material needs me. Okay, okay, okay. Rep for departure. Was, 43? Ich bin 43 oder ich soll 43 sein? Ich bin 43. Was soll ich sein? 39, okay. Äh, aber ich gucke trotzdem kurz, ob ich hier was machen kann. Oh, und ich habe eine neue Waffe gekriegt. Und dann, like, why even bother, right? Leo ist schon 43, du alte Nudel. Yes. Viel zu stark. Was könnte ich noch hier? Ich meine, da war eine Quest. Egal. Aber ich muss kurz checken. Was für eine Waffe ich da eigentlich gekriegt habe. Wer hat die neue Waffe gekriegt? Ah. Red. Ich habe inzwischen alle, ich glaube alle Materia, die wichtigen, die man haben kann. Und auch schon viele aufgelevelt. Ich habe fast mein Level 3 Fire and Ice. Aber lange nicht genug MP, um das überhaupt richtig benutzen zu können. Ah, okay. Kann ich hier zufällig was transmuten? Um mich aufzuleveln? Nope. Okay, ich glaube dann... Gehen wir einfach da hoch. Cool, cool Cloud, cool. Ja, cool. Wäre ich gezwungen... Wäre ich gezwungen, ein festes Team zu haben? Weil er nur einen Flügel hat? Oh. Weil er nur einen Flügel hat. Ja, dafür haben wir so einen Crisis Core spielen. Da haben die alle einen Flügel. Aber es wird, glaube ich, nie erklärt, warum die einen Flügel haben. Ist, glaube ich, einfach nur symbolisch oder so. Oh, keine Ahnung. Erich klingt nach Amerika? Ja. Ja. Wir haben Worte über die Nibelheim-Survey-Team bekommen. Es scheint, dass sie sich verbunden haben. Von Wu-Tai? Ja. Und so beginnt. Hat sie die Selection lockt? Okay, Tiefe. Eigentlich ist das mein Lieblingsteam. Yuffie und Tiefe sind beide so genial. Ja, ich habe halt Aerith als Heilerin dabei. Ich glaube, ich brauche gar keinen zum Heilen. Und wenn kann ich mich selber heilen? Selbstständiger Cloud. Ich habe gerade eine Erdbeere aufgehoben. Ist das Rufus? Der Blonde, ja. Der Blonde ist Rufus und der andere ist der... Irgendwas heim, der halt der Kriegsführer. Oh, da ist eine Waffe drin. Crystal Gloves. Das sind die MP für Tiefe, oder? Machen die Sinn? Ich will endlich Clouds Schwert. Neues Schwert für Cloud. Ich hasse, ich habe es seit Kapitel 3 oder sowas. Dieses hässliche Schwert auf dem Rücken. Ja, das sind die MP-Dinger. Aber meine Tiefe ist eine krasse, harte... Attacken... Frau. Okay. Das kann Yuffie überhaupt. Egal, ich glaube, ich werde sie nicht mal benutzen. Aerith finde ich im Hard-Mode und für die harten Kampfseminatoren mit die stärkste. Als ich ihre Fähigkeiten besser verstanden habe, habe ich den Cheat-Code entdeckt. Ich habe auch ein bisschen besser als Aerith verstanden, aber ich benutze sie einfach nie, weil es... Aber ja, im Hard-Mode machst du halt mit ihr die ganze Zeit Prayer. Gebet. Das ist halt OP. Aber jetzt schnetzle ich mich nur durch. Heidegger, genau. Das war's weg. Nee, andersrum, mein Lieber. Mein Lieber, andersrum. Andersrum. Du bist es. Aber ist okay. Er kommt langsam drauf. Hey, Pascal. Wie tief er warst du schon die ganze Zeit und hat mir nichts gesagt? Der Brich broke. Er fell, got swept away by the current. I think he's... ...dead. You never forgot, did you? That's why you've been acting weird. Drama. I didn't want to upset you. That's all. Zack was my friend. How could I just forget him like that? Marco. Degradation. It's hollowing me out. Bit by bit. Die Handschuhe. You're wrong. You remembered, Cloud. It'll be okay. It will. I know it. Erinnere die noch ein bisschen mehr, Cloud. Ich hab das höchste Freundschaftslehrer mit Aerith, okay? Hey, are you two done yet? Yep, be right there. Let's just keep this between the two of us. Promise. Hallo Pascal. Hallo Prani. Alles gut, Pascal. Was geht? Ähm. Ich kann das wiederholen. Warte, da gibt's Sachen umsonst. Reduziert. Gott, ich hab lang nicht mehr einfach die Story gespielt. Die ganze Zeit hab ich den Open World Faktor genossen. Und jetzt bin ich so limitiert hier wieder. Pogoroak zocken. Du weißt ja, das ist ja gar nichts für mich. Aber ich find's trotzdem interessant, anderen dabei zuzuschauen, wie sie... ...wie sie auf Level 1000 kommen. Ist das denn so geil? Dann, 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 dann... Sie, äh... Pokerogue ist halt ein Rogue-Pokémon. Also du kämpfst einfach Kampf hinter Kampf. Du steuerst kein Charakter oder sowas, sondern du kämpfst, 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 kämpfst. Und kriegst nach Kämpfen Heil-Items oder halt andere Pokémon und sowas. Und dann musst du halt... Das geht unendlich lang nach oben. Ein Kampf, zwei Kampf, drei Kampf, vier Kampf. Aber es gibt Leute, die es schon tausend hintereinander geschafft haben. Ist halt ein Rogue-Spiel, wo du immer weiterkommst, immer weiter versuchst zu kommen. Das Ziel ist, soweit es geht zu kommen. Aber es sind einfach nur Kämpfe, dann ist es wie quasi ein unendlicher Battle Tower. Weil das du Glück haben musst, gute Items dazwischen zu kriegen und so weiter. Wie? Wo? Habe ich da nicht her? Doch, hier komme ich doch her. Oder Drarot. Okay, hä? Achso, ich soll da hoch? Habe ich das nicht gerade probiert? Ja. Hä? Okay. Hallo, Carason. Habe aber immer noch nicht die Platine in Rebirth. Was fehlt dir? Auf hart durchspielen? Oder alle Johnny-Sachen? Hä? Was ist das für eine... Okay, da geht's doch weiter. So riesig. Was muss ich tun? Hier kann ich runter. Okay. Was ist das? Juffi, für dich. Material. Material. Wait. So, das ganze Ding ist Materia? Wauw, es ist so viel größer. Materie natürliche formiert. Und schau mal die Größe. Es ist unglaublich. Für die Mako-Energie zu konzentrieren in so etwas wie das, muss es eine Eterne genommen haben. Hey, wir sollten hier rauskommen. All diese Mako-Energie zu machen. Ja, ich auch. Aber warte. Materie. HP, MP Materie? Moment mal. Was vertauscht mein HP und MP Wert? Ist das nicht OP? Was? Was? Moment. Oder ist dann die MP-Leiste meine... Was? Show me the money. Swap max HP and max MP-Values. Tatsächlich? Oh mein Gott! Gebt euch diesen MP-Wert, der hier neben mir steht. 5500 MP? Ja, du darfst halt nicht getroffen werden. Aber für so manche Sachen kann ich mir das krass gut vorstellen. Wenn du einfach ganz viel Abstand hältst mit Barret oder sowas, und dann machst du die ganze Zeit... Firaga, 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 Firaga. Krass. Kann man nicht aufleveln. Okay. Das ist ja sick. Das ist neu. Das gab's glaube ich noch nie. Hat die gesagt, wir sollen zurückgehen? Aber wir gehen einfach mal hier lang. Aber wir gehen einfach mal hier lang. Okay. Let's go! It's on you! Good to go? My turn. Storm's coming! Hey, Gasha! Come on! Damit bekommt Scarville endlich die Exklusivität auflösen. Wir hatten ja Exklusivität immer hier und da aufgelöst. Let's do this. Not that. Vor allem wenn sie 13 war damals schon für die Xbox. Also immer hier und da. Ich finde nur die Begründung... Also es ist halt so ein bisschen so... Ihr habt unser Spiel nicht gekauft? Dann machen wir es eben für alle Plattformen. Wir hatten sehr hohe Ansprüche an das Spiel. Die hatten halt die Ansprüche, dass es besser sich verkauft als das Remake. Was utopisch war, weil das Remake hatte ganz andere Bedingungen. Aber klar ist doch gut. Sehr gut für alle. Ist doch gut für alle, wenn mehr Leute das Spiel spielen können. Schlecht für Sony. NoHitrun incoming. Boah, das ist doch super schwer, oder? Hier. Wobei hier ist es bestimmt noch einfacher als im Original. Weil hier kann es einfach weglaufen. Tatsächlich ausweichen. Genauso Remake kam in der Corona-Zeit. Es kam auf der PS4 und auf der PS5. Es hat so viele... Unkontrollierbare... Also was heißt unkontrollierbar? Aber halt so Gründe, die... Da kannst du nichts für. War klar. Hätten sie es für die Xbox rausgebracht, hätten es bestimmt ein paar mehr Leute gekauft, das hier. Aber es ist ja nicht so, als... Es wird ja irgendwann für Xbox kommen und für PC kommen und dann werden es die Leute halt dann kaufen. Ich habe das genutzt, um die Materien zu leveln. Oben levelt man eigentlich am besten Materia. Wahrscheinlich im Kampf-Simulator, oder? Ja, das hier hat bestimmt mehr gekostet, das herzustellen, das Spiel. Das ist so viel größer. Klar, das ist riesig. Vielleicht jetzt nicht die Story an sich, wobei selbst die glaube ich. Aber wenn du halt den Open-World-Faktor nimmst... Alter, das Spiel kannst du 100 Stunden spielen. Ich bin bei 60, glaube ich. Den haben wir schon, oder? Roar! Ich sollte auch mal irgendwann... Das ist eigentlich nicht so wichtig. Ich habe nichts auf... Also ich habe bestimmt Sachen auf Quick-Command, aber ich habe... Ich benutze es nicht. Ich benutze immer die ganze Zeit X, um irgendwie mit Sachen... halt scroll mich durch und so. Anstatt irgendwelche Sachen, die ich immer einsetze, auf Quick-Command zu legen. Ja, das stimmt. Spiele sind natürlich am Anfang heißer. Weil die Leute Angst haben, was sie verpassen und sowas. Was ist das nach einem halben Jahr weg? Bei mir nicht. Mir ist egal, wann ich ein Spiel spiele. Ich meine, ihr seht, wie lange ich mir jetzt bei dem Spiel Zeit gelassen habe. Ah, da, 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 da... Truhe. Waffentruhe. 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 Ja, das hätte ich da auch gehabt. Aber ich habe es sofort gespielt, Clint. Natürlich. Und dann? Es gibt in Goganga einen Ort, wo sie vier Gegnergruppen nahe zusammen sind. Alle Mitglieder mit Materien ausstatten. Dann die vier Gruppen killen, speichern, neu laden. Dann das Spiel von vorne. Kampfer im Latte oder Arena-Campfer gehen auch. Aber da leveln halt nur die anderen Chars und nicht alle. Die Ausgewählten, ja. Das habe ich mir schon gedacht. Aber ich habe gar nicht mehr so viel Materia, die ich überhaupt leveln will. Es wird sogar reichen, wenn immer nur drei es bekommen. Aber zum Glück geht auf der PS5 das Spiel starten sehr schnell. Ich glaube, ich habe gerade ein Schwert für Cloud bekommen. Bitte, bitte, bitte. Lass mich dieses hässliche Ding endlich ablegen. Ah. Das hat sogar mehr Slots. Jawohl. Benutzt ihr den Punisher-Mode? Ich benutze ihn nie. Benutzt ihr den Punisher-Mode? Ich benutze ihn nie. Okay. Was kannst du jetzt noch ausrüsten? Nix eben. Ich habe alles. Alles ist ausgerüstet oder auf Max? Poison, Wind. Brauchen wir alles nicht. Aber gut, Poison. Ich habe schon eine auf Poison, komplett auf Max. Ich nehme lieber etwas, was tatsächlich gut ist. Empowerment. Das sieht jetzt ein bisschen aus, als ob ich Monster Hunter spiele, aber es ist besser als dieses lilane Magic-Schwert da. Ich wünsche, dass der Cloudbuster einfach, oder wie heißt der, das Standard-Schwert halt, dass das eigentlich die stärkste Waffe ist. Weil die sieht am coolsten aus. Ich will die eigentlich die ganze Zeit haben. Ich meine, ich kann die auch haben, aber ich glaube nicht, dass ich dann so viel Schaden mache, wie ich könnte. Ich habe nur FOMO bei Spielen, wenn ich sie als streamen will. Oder muss, Nintendo halt. Und ich habe FOMO bei Spielen, die krasse Spoiler haben könnten, wie hier. Wir rennen, wir rennen. Keine Gegner. Was ist hier los? Schöne Landschaft, 150 GB. Oh, kleiner Boss. Ich wünsche, ich könnte jetzt schon Analyse machen. Dragon. Stimmt. An die Dragons kann ich mich noch erinnern. Im Haupt, an dem Original. Nice. Easy. Oh. Ist auch nicht so easy. Okay. Der braucht ein bisschen. Und ich habe keine MP mehr. Yay. Blade Burst. Unleash a wave of non-elemental Marko-Energy. Okay. War das, war das gut? Okay. Tiefere Pressure mal. Pressure Queen. Alamegumina. Warte. Oh, ich habe das mal das Ding machen müssen. Bei einer Synergy gibt es unendlich viel MP danach. Aber es hat gekriegt. Okay, krass. Dragon. Was für ein Basic-Name. Hey Cloud. Ich nutze den auch erst im Hard-Mode. Blocken ist damit leichter. Und vor allem die Ability-Pry-Mode ist nice. Wenn man 4 gedrückt hält, kann man so eine Art Rage bekommen. Und ich glaube, das verstärkt kurz eigentlich den Attack. Ja, das mit dem 4, mit dem gedrückt halten, das... Mach ich auch nicht wirklich. Aber das kenn ich zumindest. Oh, ich glaube, das war auch im Original, oder? Mit diesen Röhren, wo man sich eine aussuchen müsste. Wollen wir einfach alle eine nehmen? Wie sieht's aus? Okay. Das muss ich später... Okay, ich nehme jetzt immer die Linkkiste. Da muss ich später alle Kombis machen, sonst kann ich nicht schlafen. Okay. Oh Gott, hier sind Leere. Ja, von da komme ich auch runter. Oh, gemein. Irgendwo ist wahrscheinlich eine Waffe. Irgendein Weg gibt mir eine Waffe. Das war's. Es führen eh drei Wege nach unten. Die Frage ist, was in der Mitte ist. Wir müssen den Aufzug aktivieren. Ich bin auch hoch und runter. Ich bin auch hoch und runter. Oh, shit. Es muss ja eine Attacke machen, mit der du quasi unendlich oft in Luft springen kannst. Ach ja. Ist das Kabel da dran? Wo ist das Kabel? Wo ist das Kabel? Haben die das Kabel nur dran gemacht, damit man das Ding nicht benutzt, um irgendwie Schabernack zu treiben? So, dass ich es irgendwie hier hinschiebe und dann da hoch springe oder so? Wahrscheinlich. Ich hab doch schon. Lass mich, lass mich da drauf. Wo ist der Aufzug? Da ist der Aufzug. Ach fuck. Ich dachte, den kann ich nicht anmachen. Vielleicht geht der erst auf den Rückweg. Ja, der geht jetzt schon. Okay. Wir müssen rutschen. Das kann ich nicht, äh, das kann ich nicht mehr entgehen lassen. Ich hoffe, Teil 3 ermöglicht endlich freispringen. Das wirkt teilweise klobig, Sachen zu erklimmen. Glaub ich nicht, dass Final Fantasy... Ich meine, Final Fantasy... Ich weiß nicht, wie es bei 16 ist, aber bei 15... Bei 15 konntest du wirklich überall hin. Das war wirklich Open World. Hier ist es ja so Instanzen-Schlauch-Level-mäßig Open World. Okay. Dann geh ich jetzt in die Mitte. Ich glaube nicht, dass der dritte Teil komplett Open World wird. Ich glaube, der dritte Teil wird wieder so wie der erste Teil. Ich glaube, nur der mittlere Teil ist der mit der großen Welt und danach ist Story ohne Ende. Aber? Vielleicht auch nicht. Ich glaube aber, alle drei Teile werden unterschiedlich. Ähm... Was weiß ich? Ich bin da rein. Nämlich geh ich diesmal hier rein. Wie, Gegner. Oh. Hier ist aber was. Hier ist Zeug. Ich bin da drin. Ich bin da drin. Ich bin da drin. Mein Feuer geht auf beide? Warum geht mein Feuer auf beide? Das sollte eigentlich nur auf einen gehen. Also ich habe nichts dagegen, aber... Okay, auch nichts weltbewegendes. Aber auch zwei Wege, die hierher führen. Irgendwas krasses muss es geben. Eine Waffe oder... eine besondere Materia. Oder vielleicht ein besonderes Amulett oder so. Wie? Was? Wie? Hallo? Ah. Bewegungssensor. Noch einmal. Das wirkt für mich so krass, dass das Spiel so gestreckt werden kann. Äh... Das Original... Hast du... Ich weiß nicht, ob du es schneller durchgespielt hast. Gefühlt ist der mittlere Teil da, wo am meisten jetzt passiert. Weil wir sind jetzt schon in Nibel. Und da ist dann eigentlich Schluss. Auch im Original. Deswegen... Ich verstehe nicht, wie viel hier noch kommen kann. Dass die dann noch ein Spiel draus machen. Aber vielleicht passiert eben was ganz anderes. Wobei da kommt schon noch Zeug, aber... Naja, weiß nicht. Okay. Das war Quatsch. Kann ich jetzt denn sehen, wohin? Weil ich bin grad da und dann... Da... Da ist noch was. Da war ich safe noch nicht. Oh Gott. Okay. Bin mal gespannt, ob dann auch eine komplette Edition der drei Teile kommen wird. Eine Box Collection bestimmt. Aber ich glaube nicht, dass es ein Spiel ist. Aber klar, so eine Box Collection, wo alle drei drin sind. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber natürlich mit Download-Code. Sonst müsstest du ja eine extra Hülle machen, wo... Vier Blu-Rays reinpassen. Geht doch nicht. Die alte Stadt der Setra und krasse Rollstuhl-Aktionen kommen ja auch noch. Ich habe das alles vergessen. Das ist so lange her. Welche Seite habe ich gerade benutzt? Fuck. Ich glaube, ich habe die rechte Seite benutzt. Auch... Ne, warte mal, warte mal, warte mal. Es muss die rechte sein, weil das führt... Die macht die Kurve. Und hier war ich auch schon. Ich glaube, ich war überall. Sagt mir, wenn ich noch nicht überall war, aber... Es sieht so aus, als war ich überall. Ich bin jetzt schon. Juhi macht' oberen Feuer oder so. Ich habe mich jetzt. Ich habe mich jetzt. Hier bin ich jetzt. Ich bin jetzt auf die Krill. Ich bin für mich. Ich bin unerhörbar. Ich finde mich. Ich bin jetzt schon ein paar Knie. Wie magst du das? Ich will mich noch nicht spoilern lassen und freue mich schon auf das Ende. Ja, wenn es dann in zwei Jahren kommt. Viel Erfolg beim Nichtspoilern lassen. Ich würde sagen, du solltest einfach mal das Original spielen und dann hast du um einiges mehr Spaß, wenn der dritte Teil rauskommt. Meine Attacke ist nicht mal hingekommen. Ich habe selbst noch nicht durch, aber sollte Rebirth nicht das bis Ende CD1 gehen? Ich weiß nicht, wie, wann, wo die CDs aufgehört haben. Ich bin die ganze Zeit nur so, oh, das ist neu. Nope, das ist nicht neu. Oh, das ist neu. Nope, das ist auch nicht neu. Ich habe alles vergessen. Ich meine, ich weiß die grundlegenden Sachen. Ah. Wo gehen wir hin, was passiert? Wollt ihr auch? Also, es ist ein Weg zurück. Ah, ne, hier. Dann wäre es nicht mehr special für mich, wenn ich weiß, was passiert. Hey, ich weiß auch nicht, was passiert. Ich finde es cooler, zu wissen, was passiert und zu sehen, wie sie es geändert haben. Hallo, Daniela. Es kann gut sein, dass das, dass der nächste Teil auf PS6 rauskommt. Schlechte Texturen. Nice. Warum sind die so schlecht? Oh mein Gott. Warum sind die Texturen so schlecht? 150 GB. Ich spiele im Performance-Mode. Ich glaube nicht. Oh, wir sind schon da. Hallo, Anpilon. Und es macht keinen Unterschied zu ihnen, wie sie. Komm, wir müssen uns finden, Murasaki. Genau. Das ist es. Es gibt keine Rückkehr. Sonja hat gesagt, dass die PS5 schon am Ende ist, dass die PS6 schneller kommt als man denkt, aber ich habe den Grund vergessen. Sie hatten irgendeinen Grund, glaube ich, auch gesagt. Alle Rabatte nehmen. Ich habe alles, ich habe alles. Wahrscheinlich Erwartungen nicht erfüllt. Ja. Es ist zu peinlich, dass das Ding aussieht wie ein Router. Furchtbares Controller-Design. Genau. Ah, ich komme da nicht hoch, aber ich habe da eine Truhe gesehen. Ich glaube nicht, dass ich einen Performance-Mode spiele, weil... Ah, ne, das... Ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal. Es sieht gut genug aus. Es sieht großartig aus. Oh, ne. Sind wir ja schon bei einem Sephiroth-Gebärmutter-Ding wieder? Wie heißt es? Genovas... Ne. Iabolic Variant. Was bist du? Meine Yuffie ist nicht mal ausgerüstet, richtig? Ich habe mich nicht mal geheilt. Können wir noch mal? Ich habe nicht mal volle MP. Ich will den Kampf so nicht gewinnen. Das wäre ja peinlich. Aber Yuffie könnte Eis-Ding machen... Doppelgänger ist so geil. Äh, habe ich das nicht? Eis? Snowflurry... Achso, das war hier, so. Eis-Ninjutsu. Mas ich habe hier im Begriff. Ich werde mich in Begriff. Jetzt kommt es rein. Ich komme zu! Ich komme! Ich komme. Ich komme mit dem Begriff. Ich komme zu meiner Lieblingsbewerbe. Ich komme mit dem Begriff. Ich komme. Art of War Soll der schwer sein? Ich glaub der soll gar nicht schwer sein. HP ab. Was besser als Jufi? Zwei Jufis. Kann ich mich jetzt heilen? Kann ich nochmal hoch? Ich geh nochmal kurz hoch. Moment, hab ich noch auf einfach gestellt? Ich glaub ich hab noch auf einfach gestellt. Ich stell gleich mal wieder auf normal. Der Kampf war mir zu einfach. Dann guck ich mal Performance Mode, aber... Moment, wo war das? War das draußen? Ja. Was hast du umgestellt? Ähhh... Dingens. Fort Condor. Fort Condor hab ich gehasst. Ich hab nicht das Gefühl gehabt, dass es das einfacher gemacht hat, aber anscheinend soll es das einfacher machen. Hm... 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 Wo war das hier? Performance. Ja. Ich glaub, es war halt... Genau, ich hab Graphics nicht angestellt, weil es einfach nur das auf 4K halt macht. Also das priorisiert halt 4K und ich hab nicht mal 4K. Deswegen hab ich Graphics nicht angemacht. Das war selbst auf einfach so ein Mist. Fort Condor ist so ein Kack gewesen. Ab der ersten Runde war das einfach nur unnötig schwer. Und dann gibt's ja sogar noch einen Hard-Mode. Den will ich aber gar nicht ausprobieren. Ich weiß gar nicht, was man dafür kriegt, ob man das machen muss. Ich hoffe nicht. Fort Condor auf Hard muss ich hoffentlich niemals machen. Wo... Wo... Was? Oh mein Gott. Willst du's wissen? Ja. Das eigene Johnny-Quest sagt, dass ich Fort Condor auf Hard schaffen muss. Ich hasse Johnny. Johnny? Oh Johnny, du Bastard. Das ist so ein Zufall, dass die alle immer an der exakt gleichen Stelle liegen. Ich will Fort Condor. Ich hab sogar einmal einen Guide benutzen. Es hat nichts gebracht. Ich muss alles auf Perfekt schleifen außer Piano. Ich dachte, alles auf A reicht. Okay, die 100% werde ich dann so in drei Jahren machen. Ich weiß nicht. Ich denke, wir haben unseren Mannen gefunden. Wir müssen nachdenken nach hinten. Es gibt noch einige Survivoren. Ja. Das war gut, dass ich mich geheilt habe. Leute. Aber egal. Das ist doch alles neu. Das kam nie im Original vor. Das kam nie im Original vor. Das kam nie im Original vor. Das kam nie im Original. Zeit ist der Essenz. Wir müssen das Terminal finden. Ideal bevor sie zurückkommen. Ja, Herr. Das Motorrad Minispiel, das war im ersten Teil im Remake. Hier gab es noch keins. Beim ersten Teil war es. Ich spiel sogar die Katze. Oh nein, da hatte ich auf Twitter gelesen, dass das der schlechtste Teil im ganzen Spiel ist. Oh, das kann laufen. Los! Aber du meinst nicht dieses im Kreis, wo der Slime in der Mitte ist und dann musst du mit Robotern das bekämpfen, weil das war super easy. Aber vielleicht ist es auf schwer auch schwer. Dann müssen wir lang. Gehen wir einfach den gleichen Weg. Ja, du schönere Männer. Achso, das ist die andere Seite. Warum rolle ich? Was? Warum rollst du? Das ist ja großartig. Warum rollst du? Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Die Männer sollte doch da links sein. Ach, hier. Warum rollst du? Okay, hör mal auf. So. Okay, er rollt einfach. Cool. Vincenzo. 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 Wie nennen die den? Vincent. Was finden wir denn jetzt? Ich kann nix kaputt machen. Ich kann nix kaputt machen. Will ich schon runter? Ich will selber gleich nerven. Ist das jetzt so eine Resident Evil irgendwie so eine Mission, wo ich so wie bei Resident Evil 4, wenn ich Ashley steuere? So wirkt das gerade. Vielleicht ist es so ein Stealth-Game oder nur weglaufen, obwohl er krasse Glücksmagie kann. Schauen wir mal zu Vincent. Was für das neu? Nö, oder? War das ne Treppe, meinst du? Was für das neu? Was für das neu? Ich werde dich schützen. Hallo und willkommen zu Shinra Manor. Schindra Manor. Schindra Manor. Schindra Manor. Schindra Manor. Ich weiß nicht, was es ist, was du hast hier gefunden, aber ich bin Angst, dass diese Facilität wurde abandone für ein paar Zeit. Alles von Wert ist weg, aber bitte, sich selbst zu schlafen. Oh. Das ist neu. Okay. 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 Machen wir ein kleines Milchspiel wieder da, wo wir keins brauchen. Was war das für ein Viech? Ja, es ist so ne Stealth Ding. Katzen Stealth jetzt. Metal Gear Solid-like, oder? Press R2. Wollen wir von einem Airduct helfen? Rollen. Mach das von alleine? Oh Gott. Okay. Eigentlich kann ich was entscheiden. Sieht aber cool aus. Oh mein Gott. Warte, ich kann Sachen kaputt machen. Truhe. Waffentruhe. Waffentruhe. Okay. Und ich kann kämpfen. Es ist nicht wirklich Stealth. Okay. Kann ich meinen Freund holen? Warte mal, was steht da? Items? Warum leuchtet das so? Warum leuchtet Items? Hm? Hm? Seit wann leuchtet Items? Okay. Okay. Was ist der Würfel? Haben wir das nichts gemacht? Ich finde es gut, dass man vom Spiel gezwungen wird, jeden Charakter kennenzulernen. Weil im Original hast du drei ausgesucht und hast nur mit denen gekämpft. Ähm. Was? Moogle can metralize? Okay, okay, okay. Moogle. Kann man den Würfel beeinflussen? Ich glaube nicht. Soll ich das nicht hochheben? Hm? Destroy the supply crate by throwing Shinra Boxes. Welche Shinra Boxes? Was? Die da? Im Licht? Wahrscheinlich. Nein? Kann ich den nicht nehmen. Ich brauche das Tutorial. Wo ist das Tutorial hin? Ah, hier. Ach, da? Okay. Die Boxen. Ja, aber dann geht die nicht kaputt. Achso. Warte mal. Der Mogul ist so flauschig, ja. Wenigstens sieht man im Remake, was es sein soll. Man war sich, also optisch hat man nie gecheckt, was es überhaupt ist. Was ist das Spielzeug? Kann ich da? Kann ich das irgendwie canceln? Naja, so. Ach, da steht Strength und Direction. Oh mein Gott. Okay. Ich hasse es jetzt schon. Vor allem will ich seinen dicken Kopf sehe ich gar nicht, wo ich ihn hinschmeiß. Throw Box. Touchpad Mode. Okay, Touchpad Mode. Oh, okay. Okay, crazy. Oh. Oh. Come on. Das ist fast cool mit dem Touchpad. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die dachten, der Mogul ist kein Sith. Ja. Oder halt das ganze Ding. Es sieht halt wirklich, es sieht aus wie eine Katze, die auf einem fetten weißen Ding sitzt und du denkst halt automatisch das große Ding ist das, was es ist. Ich dachte halt auch, das ist ein Spielzeug. Aber es ist eine echte Katze mit einem Spielzeug. Ehh. Eyo. Achso, das war's. Mehr krieg ich nicht. Wie krieg ich aber die denn? Was wollt ihr überhaupt? Warum soll das helfen? Warum, 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 warum? Achso, der Schalter da. Oh mein Gott, na gut. Okay, ist auch ein bisschen schwerer. Uah. Ich hasse es. Was passiert? Was geschieht? Oh mein Gott. Ist so umständlich. Einfach L2R2 sollte es sein. Wie immer, über alle. Und wie krieg ich da? Ach, da sind Schalter. Ich mach' ich mach' mir ja die andere Version. Strength. Oh Gott. Nee, das ist nicht cool gemacht. Die wollten einfach, die wollten einfach, schau' und dann... Die wollten einfach irgendwas Neues machen. Das ganze Spiel besteht nur aus neuen Sachen. Das, das hätt's nicht gebraucht. Golden Megaphone. Golden Megaphone. Okay. Neu-Kai-Sith-Waffe. Ist das besser? Oh yeah. Magic. Ist okay. Okay. Ich schiebe einfach was. Kann ich irgendwie von dem runter? Das geht schneller. Wenigstens kann ich hier dann wechseln und gescheit kämpfen. Revival Earrings? Ich habe davon so viele und noch nie benutzt. Oder hätte ich sie nehmen sollen, um das da kaputt zu machen? Shit. Hier ist neues Zeug. Ich will nicht werfen. Das ist so dumm. So ist es gut. Bob of Gravity. Was brauchen wir noch? Gar nichts? Ich muss gar nichts abwerfen? Okay. Aber ich glaube, man sieht im Original kein einziges Mal, wie der Mugel weggeht. Der ist immer da. Ist nicht so, als ob der so verschwinden würde wie hier, weil im Original ist das einfach ein Paket. Error detected. Service suspended. Das ist eine Katze. Try throwing Obstacles. Wo sind denn Obstacles? Ach, das ist da. Okay. Kann nicht schwarz das? Kann das nicht nachdenken. Ist ja auch Friends. 등 Hörst primo. Der ist ein Katze. Ach, das ist ein Katze. Sitzig. Das ist eine Katze. Die Katze hat ein Katze. Ich weiß nicht. 너무 warte. Was nicht so, was es ist... dass du? Sitzig. Da ist das Katze. Jetzt geht es irgendwie drei Stunden hier, das ist der Teil, oder? Das hört einfach nicht auf. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Backstory zu Kitesith. Warum redet er schottisch? Warum hat er eine Krone auf? Ist er der König unter den Katzen? Ist er ein Roboter? Warum sind da zwei? Oh Gott. Was? Wenn man auch noch richtig zählt, aber es trotzdem nicht trifft. Beide, beide waren perfekt auf der Box drauf. Bottle of Aether, das lohnt sie noch nicht mal. Das mit dem Schottischen ist einfach erklärt. Echt? Der Macher von Kitesith ist ein Schott gewesen. Warum leuchtet Items? Hm. Ist das eine Ability, die der hat? Mugelnackel. Mugelnackel. Bäm. Oh mein Gott. Du weißt, wer Kitesith ist? Nein. Ich weiß nichts über Kitesith. Ist das echt eine Katze? Ist das ein Spielzeug? Ich weiß nicht. Mega Portion. Na gut. Okay, dann wäre es ein großer Spoiler zu dem Charakter. Ich bin halt der Texte-Wegklicker und Final Fantasy 7 war halt nur Texte. Das heißt, ich habe locker weggeklickt, als Kitesith irgendwie im Spiel erklärt wurde. Ich dachte, es wurde nie erklärt. Vielleicht wird es jetzt hier mal erklärt. Äh, da, 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 da. Geht das? Nope. Ich glaube, ich bräuchte eigentlich SS, weil die ganzen Gegner hier sind neu. Das ist geil, die Attacke. Ich muss mal eben Assess beibringen. Oder hat das irgendjemand her? Ich glaube, ich glaube, zwei können das. Wo ist denn da noch ein Keyboard? Äh, ich habe keinen Assess. Barretto? Fire Materia? Ich hatte zwei Assess hier. Ah, Steel Materia. Das leuchtet. Soll... Leuchtet das deswegen? Leuchtet Item? Weil man was stehlen kann von dem Gegner? Wo war das jetzt? Steel? Hier. Das leuchtet jetzt nicht mehr. Ich bin verwirrt. So will ich es auch nicht wissen. Okay, also habe ich es hier nicht verpasst. Das waren vielleicht drei Textboxen? Ja, weg damit. Äh, geht das? Ja, das sieht schon krass flauschig aus. Also die Graf, das sieht gerade so echt aus. Habt ihr das gerade gesehen, wenn ihr so richtig nah dran bist? Das sieht so echt aus, dieses Tier. Das sieht so echt aus gerade. Wie auf den Flügeln steht. Komm hin damit. Wohin damit? Hm? Da? Wohin damit? Ich kann es sein, dass ich die erst reinlassen muss. Oh. Okay, aber wofür dann das Schiebe-Ding? Ah. Zu weit geschoben. Moment mal, doch. Ich erinnere mich. Ich weiß es nicht mehr wirklich, aber ich erinnere mich, eine Geschichte mit Kitesith bekommen zu haben. Ich erinnere mich. Jetzt, wo du das geschrieben hast. Ich bin gespannt, wie die hier, Alter. Ich bin gespannt, wie sehr die darauf hier eingehen. Das ist Quatsch. Wow. Man sieht halt nix. Ah. durchrollen sehr wie choco wenn soll ich die nehmen krass ich kann die instant nehmen ohne das geht besser und ewig ein innerer monk will die alle zerstören was dauert so ewig immer zum abheffen fight über dieses hop-on mount dieser jahrhundertgong ist so gut auf deutsch hat er keinen besonderen akzent deswegen ist es ja auch immer kacke sachen auf deutsch zu spielen oder zu gucken oder zu konsumieren ich weiß ich bin der elitist und ich bleib dabei es ist immer besser die originalsprache zu benutzen und beim hart wenn ich irgendwann hart spiele dann auf japanisch weil das ist eigentlich das original aber dann kriegt man auch viele sachen nicht mit dem hintergrund passieren gesagt werden oder so nein ich wollte auch assess machen assess it assess it assess assess schneller es ist geil dass diesmal alle ein bisschen so diese melodie singen nicht nur barrett ist das geiles barrier das haben wir doch schon rein ins mako geht gar nicht wenn ich die ganzen kisten sehe muss ich an crash bandico denken ja crash bandico doch sein gutes spiel der erste teil die anderen nicht nur der erste teil ist cool so kommen da jetzt immer neue das heißt ich muss es da reinwerfen während es sich bewegt kriegen wir hin das sieht nicht so aus ob ich richtig bin ich komme mich näher ran dreht es sich jetzt um? nein das sollte doch das ist viel größer das sollte gehen oh im englischen und japanischen gibt es die dialekte auf jeden fall besser ist es es gibt ja viele so beispiele zum beispiel zum beispiel der fish in american dead ist ja im englischen einfach hat einen deutschen akzent und dann wenn er deutsch ist also auf deutsch die serie da hat der fish nicht einen deutschen akzent sondern halt natürlich einen hä? ich komme nicht das ist nicht nah genug muss ich hier stehen? da hat er glaube ich einen ein Össi da spricht er wie ein Össi und was war da noch? bei den simpsons der der bayer der spricht natürlich kein also der spricht im deutschen dann nicht einfach deutsch sondern der spricht im deutschen dann österreichisch oder halt bayerisch das kommt nur an die dingen ich komme da nicht hin Sly Cooper war cool aber es wäre heute einfach nichts mehr besonderes Sly Cooper es würde glaube ich so viel Erfolg haben wie das Peach Spiel es wäre einfach so ein nettes kleines hier und da Rätsel und Jumpen Plattformer Dingens Spiel ich glaube ich habe ich habe vier Sly Coopers gespielt gibt es fünf inzwischen? es gab doch irgendwann mal ein neues können wir was der ist drin ach und dann steht der da und dann muss es da runter das habe ich gar nicht gesehen mehr sein Bullshit der vierte ist PS3 genau den habe ich gespielt die anderen waren die anderen habe ich auf der PS ne die anderen habe ich auch auf der PS3 gespielt die waren ursprünglich PS2 oder PSP oder sowas die habe ich dann auch auf der PS3 gab es dann so eine Collection wo ist das Ding? wo ist der Punkt man? warum bist du so kacke? so knapp sag nicht noch eins das waren ursprünglich zwei okay die will ich assessen was dann? abzurufen so süß so süß wie ist auch Assassin's Creed? früher als es noch cool war Smackdown gute Antwort hallo Lurky was ist Smackdown? Smackdown ist gut okay Smackdown Smackdown ist gut hallo 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 get your ass stay down asshole oh you gonna feel this one sweet äh Assassin's Creed war cool damals ich weiß noch als der erste Teil rauskam war es so wirklich so oh mein Gott gebt euch dieses Spiel wie cool und dann kam hab ich das nie gespielt weil es für ein PC weil es für ein PC nur gab glaube ich und dann hatte ich eine PS3 wegen GTA und dann kam es auf einmal für die PS3 raus und dann habe ich sofort auf der PS3 gespielt und natürlich großartig und dann kam der zweite Teil der war noch großartigere dann kam der zweite zweite Teil der war noch großartiger dann kam der dritte zweite Teil und der war noch großartiger und ich war verliebt und 100% Assassin's Creed 2 war glaube ich meine allererste äh Latin Trophäe ich glaube auf Playstation warum ist da so eine 1 ah hier und dann kam der dritte Teil also dieser amerikanische Teil und auf einmal war alles kacke und nach dem amerikanischen Teil also Assassin's Creed 3 habe ich nie wieder ein Assassin's Creed angefasst ich weiß Black Flag soll noch okay sein soll noch gut sein aber alles was ich gesehen habe von Gameplay her wie Leute spielen und sowas ist einfach immer der gleiche langweilige Kacke und ich weiß Origins und Odyssey hat es dann wieder ein bisschen aufgelockert weil es eine riesige Open World wurde und so aber trotzdem war es dauernd für mich das gleiche und ich habe nie wieder Bock gehabt Assassin's Creed zu spielen selbst als sie Wikinger gemacht haben aber zu Recht ich meine sind es besonders sind vielleicht okaye Spiele so wie Far Cry Far Cry ist einfach auch inzwischen zu viel Far Cry 2 war genial Far Cry 3 war grandios Far Cry 3 war da äh Far Cry 4 war dann schon so 5 5 6 7 oh alles klar Leute kaufen es Franchises halt aber ich es gibt so viele Spiele inzwischen die Spielindustrie ist im Vergleich zu unserer Kindheit damals ist die Spielindustrie so halt du kommst gar nicht mehr klar wie viel es gibt und dann muss man irgendwo Abzüge machen und sagen hey Assassin's Creed habe ich schon mal gespielt ich muss nicht das 10. spielen gib mir lieber was was ich noch nicht gespielt habe äh warum ist hier nichts mehr nichts mehr gar nichts ich glaube ich sollte mich schlafen legen Valhalla habe ich mir mal angeschaut aber nach der Hauptstory war auch Schluss ich glaube wenn ich so wie früher einfach nicht streamen würde und 9 to 5 Job hätte und einfach abends nach Hause komme und super viel Zeit hätte einfach nur sinnlos sinnlos so wie jetzt einfach sich hinsetzen einfach nur zocken dann hätte ich die sicher auch noch alle gespielt weil es gibt viele Spiele die ich auch wenn sie nichts Neues beantrechnen sind die haben mir super Spaß gemacht und ich glaube die hätten mir auch Spaß gemacht aber wenn ich halt nicht die Zeit habe dann muss ich halt entscheiden welche Spiele es wert sind quasi Unity war so ein Bugfest war Unity des Amerikaners das Amerikanische war Assassin's Creed 3 Unity war das Französische oder? hab ich nicht gerade schlafen gelegt? ja ich will meinem Mugeln noch die Waffenattacke beibringen ist ein bisschen krass eigentlich sollte es irgendwas geben aber gibt es bestimmt mit der Kampf auf Kitesith startet dass man nicht die Attacke machen muss das war nicht so schlecht ok was sind das jetzt? warte ich bin zurückgegangen warum waren da wieder Gegner? was? ich ernsthaft den ganzen Weg wieder zurückgegangen ohne es zu checken? da hab ich doch gesagt oh süß was für ein Kampf kommt jetzt? not again jetzt haben wir Zeitdruck wahrscheinlich ne ich bin einfach nur alleine warum ist hier so ein optional Ding? Recruiting rerouting ducts ducts nein ich muss das nicht drehen ok ok got to get the thing open first ok Missige Steine Missige. 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 Missige down CN Das Spiel ist so schnell und dann auf einmal so langsam. Der hat gesagt ich soll das aufmachen. Wo ist denn der Switch? Ach, ist das der Switch? Nicht dein Ernst, dass ich da was draufschmeißen muss. Ich kann es anfassen. Nein, das kann nicht der Switch sein. Wenn das jetzt der Switch ist, dann ist das so ein Bullshit. Ich kann den anfassen. So ein Bullshit. So ein Quatsch. Ich kann den anfassen. Das macht Sinn, wenn es Sachen sind, die so weit weg sind. Das auch wieder keinen Sinn macht, weil ich einfach Magie kann. Und Sachen einfach explodieren lassen kann. Aber dass das einfach dann ein Schalter ist, der auf Augenhöhe ist. Fight. Was ist dieses leuchtende Items-Ding? Hm. Das ist nicht nur ein Fortunter. Das Problem, dass ich dann irgendwann mit AC hatte, war es eigentlich schon immer. Ich bin halt jemand, der gerne alles machen möchte. Und in solchen Spielen bedeutet das, dass du 30 Stunden plus dasselbe immer und immer wieder machst. Hier im Turm deine... Ja. Ja. Und es haben dann viele Spiele sich abgeguckt. Wie Far Cry eben. Und auf einmal hast du... Und ich ja auch, ne? Dann hast du auf einmal... 20 Stunden, nachdem du das Spiel durch hast, das gleiche immer und immer wieder gemacht. Das Ubisoft-Syndrom. Und hier haben sie sich ein bisschen aufgelockert. Hier musst du zwar auch immer wieder die gleichen Sachen machen, aber jeder Turm ist anders. Jedes Minispiel ist anders. Und hier fühlt es sich nicht so repetitiv an. Dann kannst du wieder ein bisschen Story weitermachen. Äh, und was bin ich jetzt hier? Was mach ich jetzt hier? Ach, da bin ich... Ich dachte, ich bin da hergekommen. Ne, hier muss ich hin. Was bist du? Ich kann dich nicht assessen. Verdammt. Ich bin so irritiert die ganze Zeit, dass es leuchtet. Die Geräusche sind so geil. Das ist ein befriedigendes Bong-Geräusch. Kann der auch den machen, wenn ich nicht drauf bin? Ne. Ich automatisch drauf. Dann levelt diese Attacke nicht ab. Letzter. Oh krass. Da kann ich wenigstens assess machen. Dun, 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 dun. Okay. Item Economizer. Ach, deswegen vielleicht. Das ist Items Without Consumium ATB. Wahrscheinlich deswegen. Ich hab so Quatsch hier einfach ausgerüstet. Aber egal. Es läuft ja gut. Geht hier alles. Ah, ich will assisten, assessen, analysieren. Elektro. Elektro. Game over, pal. Elektro. Ich hab hier. Ich hab hier. Habe ich irgendwas, was... Rolling Thunder? Und dann ist er auf einmal... Immun gegen Magie? Nein, nicht gegen meinen Knuckle! Bang! Jaaaa... Fuck... Ah mein Gott! Muss ich mich jetzt umskillen? Ich will nicht... Bugle Knuckle ist glaube ich die Abilität, die den Staggerwert erhöhen kann... So viel Schaden! Ich habe auch kaum KP... HP... Oh Mann! Kann ich auch... Soll den mal blocken? Wie blockt der überhaupt? Der Tröte! Ich weiß nicht ob ich ihn nicht einfach weglasse und einfach Elektro machen... Und dann geht es nicht mehr... Left Leaning Scales... Okay, dann brauche ich den doch... Oder ich mache Roll of the Dice... Was ist der Joker? Fire and Thunder? Ja, Fire and Thunder ist gut! Und jetzt? Also es trifft mich dann? Hohohoho... Wie gemein! Was ist das für eine Attacke? Ich habe Angst... Oh ja, das ist die, die mich traut... Jetzt geht wieder Elektro... Jetzt geht wieder... Nee... Ach, ich habe Thunder... Zandara... Yeah. Das ist okay! Gua, 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 Gua... Uh und ich habe gerade nichts... ...Nira... Mana miau... Oh ja! Who's the fuck? Hani was ist der große Gefühl... Es hat mich ganz klar! Was willst du machen? Verdammt genau! Was willst du machen? Was willst du machen? Oben ist was Wiedernes. Da müssen wir hin. Wow. Hier gibt es wieder nichts zu tun. Ich hätte einfach nur hochgemusst. Wie rollt er nach oben? Irgendwas besonderes. Ich sage Luck Up. Attacke und Magikattacke? Wechseln? Krass, was es alles gibt. Okay, hier ist ein Schalter. Ich muss das Ding erst öffnen. Geil, du kannst keine Treppen hochrollen. Hä? Achso, das ist blau-rot. Deswegen ist es rot. Man checkt bisher gar nicht, dass es zwei verschiedene Farbensysteme sind. Okay, ja dann. Easy. Reicht es? Jetzt macht es Sinn, ja. Jetzt macht es Sinn. Cycling-Duck. Na gut. Trotzdem dumm. Ich würde mich gerne heilen. Ich meine, ich könnte mich heilen mit tausenden von Items, die ich habe. Ich will eine Bank. Das sind ja wieder die gleichen Gegner. Ich könnte auch versuchen, an denen vorbeizukommen. Ja, vor allem im Kampf-Simulator gibt es noch nicht mal Items. Ich kann mal die echt einfach rausballern. Okay, ich schätze mal, ich muss da komplett hoch mit dem Ding. Und er hat mich bemerkt. Verdammt. Ich will eine Bank. Stopp! Komm ich komm weg von der Attacke! Komm! Wo ist sie? Wo ist sie? Oh! Hilft mich trotzdem ey! We've got him now! Aaaah! Verdammt! Ich mag die beiden nicht! Ich will mich nicht umskillen! Dann muss ich die anderen auch umskillen! Darum geht's mir! Dass ich die anderen nicht... Dann muss ich die später wieder zurück übertragen! Die ganzen Sachen! Aber eigentlich bin ich überrascht, dass die mich überhaupt gesehen haben! Dann muss ich die anderen nicht umskillen! Verdammt! Na komm! Na komm! Na komm! Na komm! Na komm! Wie soll ich diese Attacke ausweichen? Okay, indem man einfach nur läuft! Oh! Oh! Hallo! Schmattel! Danke! Dankeschön für deinen Prime Schmattel! Geh runter von dem! Geh runter von dem! Ah! Warum hat das jetzt 5000 W? Ich muss umskillen! Hallo Salad! Der Kampf ist nicht schwer genug! Ich hab trotzdem Probleme! Was sagen die denn hier noch? Äh... Ja, es ist das was ich weiß! Es tauscht ab! Es tauscht zwischen... Es wechselt zwischen Magie und Attacke und halt hier dann her! Ich hab ein bisschen Glück! Oh! Lager Spide! Roll! Roll! Oh mein Gott! Was soll ich denn tun? Greifen die eigentlich den auch an? Ja, okay, gut. Hast du dann in Stellar Blade reingeschaut? Ich hab so tief in Stellar Blade reingeschaut. Also für mich ist es nix natürlich, aber ich gucke natürlich gerne zu, wie du dir vorstellen kannst. If you know what I mean. Aber ist jetzt nichts besonderes, finde ich. Außer halt das, was man da so alles anschauen kann, ne? Einiges staggert der andere, warum gehst du? Ach, der ist zu tot? Dann verstehe ich es. Limit? Ich hab noch nie ein Limit von dem gesehen. Magic Mockbox. Oh. Man hat es nicht wirklich gesehen, aber es war ziemlich geil. Go for the throat. Sweet. Ist auch leider nicht meins, aber die Protagonistin ist super. Yes. Sexy schmexy. Elevator in Service. Commence Transfer of Cargo onto... Achso, okay. The old... Ähm... Mach es schwerer. Aber wo? Hier? Was drüber? Okay, cool. Ah je, Mini. Sollte mehr nehmen. Das ist jetzt einfach nur Quälerei hier. So langsam wie so ein Moggel... Moggel? Moggel? Wie sich bewegt. Wie soll ich denn... So? Okay. Okay. Error. Insufficient wait for elevator operation. Additional cargo required. Wait insufficient for operation. Additional cargo required. Fun. Das macht keinen Sinn. Warum sollte ein Fahrstuhl eher funktionieren, wenn er schwer ist? Was ist das für ein sinnloser Aufzug? Okay. Ähm... Hier. So und jetzt ist aber immer Schluss. Das war jetzt genug Spaß mit der Katze. Da. Got it. Grottit. Ja. Er nimmt mir aus. Ja. Die käme er schon. Wobei... Das ist nicht, das ist neu. Okay. Ihhh... Ich bin vorhin. Ying und Yang. Oh... 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 Whoa... Okay, ich muss blocken. Stop, 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 stop. Becomes pressured, when either head is incapacitated. 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 The remaining head will go berserk. Oh, no. Feuer. Oh... Oh, my God. Ich kann gar nicht... Die Köpfe explizit anvisieren. Ich hab geblockt. Ich hab geblockt. Oh, ich nicht. Machen wir mal Feuer? Oh, ich hab mich nicht... Ich hab kein Feuer. Wave. Not gut genug. Ich muss Items benutzen. Ich hab geblockt. Er braucht zu lang, um zu blocken. Ich block. Hm. Kein Problem. Ich muss jetzt mal drücken. Ich heil mich jetzt vorher. Und ich will auch Äthor. Mach ich ein Feueraga und weg damit. Oh, geile Katz, wie ihr da rauskommt. Das heißt jetzt, der Linke ist Berserk quasi. Oh, Gott. Das heißt, der Linke und der Linke ist Magie. Oh, Sandara, keine Chance. Und der rechte ist Angreifen. Hau. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Er hört gar nicht... Er hört nicht mal auf damit. Er macht nichts anderes. Lass mich... Ich will ja eigentlich Assess machen. Aber gut, machen wir... Ah. Komm, mach ein Feueraga. Ich will's wissen. Wie's ist? Ich hab kein Feueraga. Oh, Mist. Quake. Okay, dann machen wir... Wie weicht man Elektro aus. Das ist unmöglich. Blizzard geht noch. Weil, das hätte nicht treffen sollen, finde ich. Okay, können wir das nicht mit der Magie-Seite machen. Ist ja schrecklich. Ich block mal. Blocken macht 200 weniger. Geht schon, geht schon. Vielleicht nicht den Magie, das Magie-Gesicht von Anfang an. Das ist ja schrecklich, das ist ja schrecklich. Leben hat er eigentlich auch da stets. Ich mach den Roll the Dice, vielleicht kommt Feuer. Was war das? Hyper Beam. Nichts passiert. Okay, nichts passiert, nichts passiert. Nochmal. Regeneral, jetzt habe ich Regener. Okay, nett. Ist nett. Nice. Geblockt hat er. Dodge and dive. Oh, Heatwave. Nicht gereicht. Oh, nee. Not gut. Hä, warum staggertst du null? Okay, jetzt kriegst du den Jahrhundertgong. Bong, bong. Auch nicht gut genug, ey. Don't stop believing. Nochmal. Bong, bong. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Okay, es ist wenigstens wieder der Andräufer. Oh. Er hört nicht auf. Er hört nicht auf. Oh, hört er nicht auf. Ich kann Limit machen. Aber ich sollte mich, glaube ich, immer heilen. Dann Limit. Oder zuerst pressern? Ne. Nein, warum kann ich nicht essen? Oh. Ich block so hart und es passiert nichts. Ich brauche den Mugel. Jetzt check ich's. Komm, 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 schnell, 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 schnell. Oh mein Gott. Nice. Raketen. Das heißt, die Box ist auch Render. Komm, 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 komm. Lock ihn. Lock ihn hart. Oh, das war nicht hart genau. Da fährt sich sicher wieder das Gesicht. Ich bin so hart am Blocken. Jetzt machen wir einen Summon. Ne. Roller Dice, dann haben wir einfach Glück. Expensive Shield? Okay. Ich will nochmal. Ich will jetzt mit einem dummen Dice Glück haben. Hyper Beam? Aber da passiert nichts. Was ist denn der Hyper Beam? Hilfe. was ist denn der Hyper Beam? Oh, jetzt. Ich will jetzt doch mal. Ich will noch ein Limit kommen. Ich will noch ein Limit kommen. Komm, wir beenden es mit einem Limit. Was für ein komischer Kampf. Heilung, please. Habe ich in dem Raum alles? Ja. So dauert es, dass sie hier noch ein bisschen, bis wir das Spiel durch haben, wenn sie hier so eine Durststrecke machen? Aim for the crates? Oh no. Oh no. Dafür ist es nicht gut genug, das Spiel. What? Und jetzt? Es funktioniert halt nicht gut genug. Die muss viel früher. What? Das ist doch so eine Kacke. Wow. Das ist so ein Quatsch. Ey. Verpasse ich, was richtig krass ist, wenn ich das jetzt nicht schaffe? So. Ey. Das ist vergessen. Schmeiß einfach. Ich check es jetzt, du musst aber nur schmeißen. Vergesst zielen. Ups. That's fun, wenn wir das dann nie wieder machen können. Was kriege ich, was würde ich cooles dafür kriegen? Was für ein Bull. Inspection complete. Resuming operation. Oh. 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 ob ich transmuten kann. Oh, was fettes. 140. Ach, die XP. Sellerie? Gott, ich hoffe, ich muss nie irgendwelche Items grinden, farmen. Und die kommen einfach irgendwann. Giga Potion, Planet Spirit. Oder, oh Gott, zu viel. Egal. Kerzenschlaf. Nein, Alter. Ich hab den Shop angedrückt. Das ist krass, dass 10 nicht reicht. Das war's jetzt aber. Oh, 1, 2, 3, 4. 4, 2, 2, 3, 4. Was? Acht also. 1, 2, 3, 4, 5. Antwort 5. Und es nimmt kein Ende. Ah, Mugel. Ausschieben. Steht da irgendwas drauf? Wer schläft hier? Was ist das? Ist hier ein Monster? Okay, dahinter sind die Zahlen. 3, 6, 1, 0, 5, 9, 9, 7. Ich schreibe sie kurz in meinen Chat rein. 3, 6, 1, 0, 5, 9, 9, 7. Ich frage, ob das die richtige Reihenfolge ist. Okay. Das war zu einfach. Ich glaube, da ist ein Monster dahinter. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, nein. Wie? Aber wie steuere ich? Hier, Rotate Dial. Oh Gott. 3, 6. Ja, es ist... 1, 0, 5, 9. Das ist ein bisschen cool, wie man das steuert. Das ist schon... Es ist in Ordnung. 9, 7. So, bitte sagt, dass das die richtige Reihenfolge ist, wie das da stand. Und... Ja. Oh, besser lang als nie, ich glaube. Komm in. Okay, er hat geschneicht. Müssen wir jetzt gegen Hologram kämpfen. Oh, wie verletzt von mir. Diese Umgebung ist auf die Grenze zu irgendwelchen unabhängigen Personen. Es ist da, wo ich einen ziemlich unabhängigen Fehler behaupte. Hm. Kenne ich den Gegner? Nee. Wenigstens kann ich alle streichen. Sieht ein bisschen aus wie ein Behemoth, aber nicht ganz. So die Hälfte, aber auch nicht wirklich. Inflickt enough physical damage will make it resistant to physical attacks. Okay. Forcing it to switch resistance multiple times will pressure it. Okay, wir müssen aber die ganze Zeit abwechselnd machen. Magie und physisch. Okay, Aerith, du hast die richtigen Sachen. Du solltest... Oh Gott. Du solltest ein paar Sachen können, um ihnen richtig weh zu tun. Oh. Wir müssen ein bisschen weiter weg. Pummel. Was ist ein Pummel für eine Attacke? Bodyguard? Oh krass. Der kann Bodyguard? Kannst du irgendwas cooles? Nee, wir können Haste machen. Naja, machen wir mal... Lustre Shield. Den Wart. Den Wart. Den Wart. Den Wart. Jetzt Sith könnte man ein Thing daran machen. Barret macht weiter physischen Schaden. Woran sehe ich, dass er switcht? Was ist da? Mit der Morphose? Ah, das ist der Switch wahrscheinlich. Oh. Crazy. Mach mal deine coole neue Attacke. Hier, was war das? Smackdown? Smackdown. Ah, fuck. Wie er wegschwebt. Smackdown. So, es ist mein Turn? Get him! Okay. Die Aerith ist aber tot. Die lassen mich in Ruhe. Die lassen mich in Ruhe! Gerade will er... ist das das? Jetzt will er... ich muss tatsächlich aufpassen was ich mache. Ehrung. Synergy. Unendlich Magie. Wie sie die Brille aufzieht. Jetzt kommt wieder das andere. Hallo Nossel. Nossel... oh shit. Nossel Dankeschön für deinen Prime. Ich glaub ich muss jetzt physische Attacke machen. Ich weiß nicht ob man das daran sieht. Ja da ist Trade Reduced bei Magie. Kann Aerith überhaupt physischen Schaden? Ich mach mit ihm weiter den Würfel. Jetzt weiß ich noch was. Oh nice. Hoho. Oh my god. Cool. Oh my god. Cool. Ich bin zu spät. 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 Die Katze ist Agro. Killerenten? Was? Was habe ich verpasst mit Killerenten? Cry in the hole. Increase Stagger. Oh. Jetzt habe ich ihn verpasst, weil er in dem Moment gesprungen ist. Du summonst jetzt mal Kujata. Himmelenten? Achso. Was ist das für eine Suppe hier in der Mitte? Block. Oh mein Gott. Oh mein, es ist alles so cool. Es klang gerade wie so ein krasser Dino. So, du machst Schillinghorn. Jetzt glaube ich, es ist egal, was man gerade macht. Up here. Oh fuck. Reflekt? Oh nein. Oh nein, ich reflekt. Seth ist gleich tot. Wen heilen wir? Barret ist wichtiger, habe ich das Gefühl. Träcklinghorn. Genau. Ja, die, die Triplette. Wir haben es gleich, wir haben es gleich. Wir haben kein Zip heilen. Mal beenden das mit einem Würfel. Dass wir können. Es ist wieder reflektiert. Expensive Schild? Okay, das ist geil. Arcane Blast. Das könnte es sein. Fast. Wer ist mit Maximum Fury? nur energie nur magie ich beende das mit einem würfel ich beende das mit einem würfel ero blizzard komm 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 haben wir irgendwo ein limit das geile ende ok komm wir machen den mogel knuckle zum ende cooler kampf sehr sehr übertrieben verwirrend es ist gemein dass man immer nur entweder magie oder physisch machen darf das war eine schöne filler episode die zwei stunden gedauert hat und jetzt sind wir wieder genau da wo wir runter gefallen sind ich finde wenn man das dann auf hart nochmal spielt sollte man das überspringen können weil man weiß dass da eine falltür ist in die man einfach nicht reintritt dann wir sind halt echt hier wir sind halt echt hier und glücklich ich kenne jetzt kitesith besser wie man ihn steuert ein bisschen jetzt ist jetzt kitesith nicht mehr dabei oder gezwungenermaßen dabei das heißt ich habe ein slot frei wie wäre es mit vincent so der hier ist oder oh ja oh ja most sexy dude das äquivalent von sexy goth girlfriend und die stimme ist ich habe den namen vergessen aber der berühmteste game master der auch gerne dorf spricht in tears of the kingdom wer ist oh ja oh ja oh ja ich habe das die 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 du bist sie und die die du bist du bist Well lock me up. Be brief. Your terminal. Madara. Ein bisschen ja. Multipass. Hm. Du hast zumindest die Verpflichtung. Kann ich aufs Bild gucken oder so? Hey, er hat aufs Bild geguckt. Entschuldige dich. Oh, es ist ein bisschen langer Geschichte. Und wir würden dir alles darüber erzählen. Aber es ist etwas, das wir wirklich anzusehen müssen. Wir können nicht unsere Feuze gewinnen. Deine Feuze? Und wer könnte das sein? Ähm. Wutai. Mit Yuffie nebendran so. Ähm. Wutai wäre lustig aber zu sagen. Ich weiß es nicht. Eigentlich Shinra. Aber er arbeitet eigentlich für Shinra. Weil sonst wäre er ja nicht hier. Nein. Ich will aus Spaß wissen, was bei Wutai passiert. Weil Yuffie steht genau neben mir. Wutai. Entschuldigung? Was soll das sein? Wutai. Hm. Sehr gut. Ein Mann, der mich viele Menschen, mich selbst inkludiert, einmal ein Hero. Sephiroth. Sephiroth. Wer ist denn das sexy Kerlchen? Vincent. Er ist einfach so ein Künstler. Er könnte ihn zerstören. Wenn wir ihn verraten lassen. Ich verstehe. Ich verstehe. Dann habe ich noch ein Künstler zu atone für. Ich verstehe. Ich verstehe. Dann habe ich noch ein Künstler. Ich verstehe. Der Raum ist unklariert. Ja, er schließt sich nicht uns an. Use es, wie du siehst. Herr Murasaki. Aber hat er sich nicht im Original hier uns angeschlossen? Ich glaube nicht. Kam das echt erst dann später, wo man ihn dann wieder... findet? Ich bin verwirrt. Hey. Kämpf mit uns. Ich hab's gar nicht getan. Ist ja gut. Er ist einer von uns. Also... Am Ende hat man acht Leute in der Party. Er ist einer davon. Geht's mir? Ich glaube, er hat uns zu... Jetzt... Okay. Mal gucken. Es war klar, dass er nicht unsere Party... in unsere Party kommt jetzt. Aber... Wir googeln mal... Wo... Welche Tür? Die Tür ist aufgegangen. Was passiert? Kann ich da runter springen? Nochmal! Okay. Gott sei Dank. Hier ist es passiert. Hier ist Sephiroth. Hat ein bisschen zu viel gelesen. Hier ist Sephiroth. Hat ein bisschen zu viel gelesen. Ist das mit den weißen Haaren am Ende auch dabei? Welche weißen Haare? Ich verrät mit mir. Nein. Irgendwelche Freundschaften. Die Pin. Gehe ich zurück? Ich kann nicht zurückgehen. Krass. Ich kann nur geradeaus gehen. Urk. 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 Oh, Ego. Ich bin zu so einem Doom-Shooter. Ja. Sephiroth? Sephiroth ist das Böse. Der ist nicht in unserem Team. Nein. Fass colon. Diwe cheil. Oh. Die Mordigung. Die Mordigung. Die Mordigung. Die Mordigung. Die Mordigung. Cloud, lass uns hier aus. Oh, nein. Oh, nein. Ja. Ja. Du schläfst? Du schläfst? Du schläfst? Das ist aber neu, oder? Ja. 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 Das ist neu. Das... oder? Ich weiß nicht mehr, was was ist. Whoops. Das habe ich nicht gedacht. Ist das passiert? Chill, 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 chill. Galleon Beast. Okay. Conflicting enough damage. Inner Turmoil or Chaotic Consumption. Okay. Das war Inner Turmoil. Okay. Ich hätte Aerith nehmen sollen. Was geht das? Wow. Skullcrusher? Wie viel attacken kann der? Der ist hart, Mann. Das war sehr wenig. Das war sehr wenig. Das war ja. Ja. Wenn du von deinem Braum noch was ist. Das ist以ог. Ich bin von dir. Und da. Du. Ich bin sicher. Ich bin der Marien. Du musst mehr 신holen. Das ist klar. Dann. Das ist klar. Du. Interessant. Müsst wir ihn echt besiegen. Krass. Dann muss ich mich jetzt einmal zurecht materialisieren. Materian. Gott, wo ist jetzt mein Checkpoint? Anspielung an Dirt Shop Severus. Ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern. Entwickelt er sich da? Entwickelt er sich da? Okay, ich muss, äh, ja. Wo ist das Team? Hier. Kite Sith ist echt Pflicht. Barret ist halt auch geil. Aber wir nehmen, also mit Aerith können wir halt viel heilen. Aber tiefer Pressure zu schön. Aber ich will gar nicht an den ran. Ich will kein Sith nicht haben. Aber wir machen Aerith zum Heilen. Wo ändere ich das nochmal? Enemy Spells. Hier Party. Hm? Kann ich nix ändern? What? Hm? 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 Hm. Den Phoenix muss ich auswählen, ja? Nein, ich will nicht in den Raum. Alter. Fuck. Bin ich echt in einen Schritt gegangen? Ich wollte auch mal dahinter gehen. Kann ich irgendwie wieder zurück. Okay, fuck. Ich kann es nicht skippen. Was passiert hier beim Foto-Mode? Nix. Ich muss hier mal einen richtigen Spielstand machen. Ich muss hier mal einen richtigen Spielstand machen. Dann gehe ich mal da lang. Dann gehe ich mal da lang. Wie sie leuchtet. Ja, keine Ahnung, warum ich die Party nicht ändern kann. Ist Barret gesetzt? Oder war das jetzt nur da drin so? Eigentlich sollte ich doch hier die ändern können. Combat Settings. Nee, das ist... Ich könnte auch... Ich sollte auch den Leader ändern können. Aber klar, das geht jetzt nicht gerade. Okay. Dann muss ich wohl Kite Sith umskillen. Nein. Kite Sith ist gesetzt. Ja, aber warum kann ich Barret nicht ändern? Hier, Party. Ich sollte bei Party Barret auch ändern können. Ich kann nix. Ich kann nix. Wer ist hier normalerweise... Wird jetzt... Unser... Warum ist hier eigentlich keine Musik? Was für Musik? Ich brauche jetzt hier ein bisschen nämlich. Warte, was ist Barret? Ah, das Menü. Vincent ist der Aggro. Jupp. Gibt ihr nur zwei Staffeln? Ja, bis jetzt. Aber du glaubst doch nicht, dass sie aufhören, ein Anime dazu zu machen. Magic Attack. Nee, das ist nicht Magic. Okay. Warum kann ich die anderen da nicht ändern? Erklär es mir. Es geht doch auf Party. Ich mach doch alles richtig. Ich sollte doch hier die Party ändern können. Warum kann ich die nicht ändern? Bin ich schon zu weit? Hätte ich das machen sollen? Hier drin, wo... ...die Bank ist? Kann die Party nicht ändern? Automode. Hier ist es. Mann, ey. Da war ich doch auch schon hier. Set as Leader. Edit Party. Hier. Mai. Okay. Arisu. Du bist unsere Magierin. Du kannst nämlich Haste machen. Und... Schauen wir mal. Healing, Revival, Spirit Up, MP Up, ATB Boost, Spirit Up, Vitality Up. Vitality Up macht nicht so viel Sinn. Das ist MP. Kein MP. Ich hab' ich kein MP. Dann hab' ich nur einen einzigen MP ab. Okay. Prayer, Time, Healing Revival, ATB Boost. Ich glaub' ich brauch' keinen ATB Boost. Dafür geb' ich ihr... Dafür geb' ich ihr... Entweder... Use Mana Wall. Ja. Barriere von Cloud. Dann macht's hier Barriere. Auf alle langsam... Hab' ich irgendwas, was... Magnify. Expand Range of Linked Materia. Range. Ich will was, was das Ganze quasi auf alle einsetzt und nicht nur auf eine Person. Aber ich glaube, das ist utopisch. ATB Boost hab' ich tatsächlich noch nie eingesetzt. Ich muss L1 und R1 drücken. Empowerment. Pairing with Warding Materia grants Resistance to Physical and Magic Attack Reduction. Hier komm' du musst. Attacke und Magie swappen. Steady Fist Block. Ich mach' halt die ganze Zeit Feuer mit dem. So, was bist du jetzt? Warding. Kein Warding. Assess. ATB Boost. Muss alles später wieder zurück machen. Ach, ich spiel' jetzt die ganze Zeit mit Kite. Ach, sie hat MP ab. Und irgendwie immer eine Feuer. Irgendjemand in der Feuer. Okay. Cleansing, das brauchen wir auch nicht. Chakra. Mal gucken. Oh, du bist nicht voll. Jetzt haben wir für Kujata. Kalt Sith ist Ifrit. Ne, du wirst Phoenix. Klaut ist Bahamut. Jetzt aber. Hunger. Die Vampirform. Ich erinnere mich an gar nichts. Kriegt er jetzt gleich eine Vampirform noch? Achso, ich muss mich bewegen. Also Aerith macht direkt Mana Wall auf alle. Wobei, Vincent hat glaube ich keine Magie, oder? Da war schon ein bisschen Magie dabei. Ich sollte genug MP haben. Willst du nicht mehr gehen jetzt? Oder halt Haste. Ich glaube Mana Wall ist besser. Ja. 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 Skullcrusher. Ich komme halt zu nichts. Sie ist einfach tot. Ähm. Spells, Barrier, Mana Wall. Mana Wall kostet wie viel? 20? Die Barrier reicht. Kannst du das aufhören? Geh es zusammen. Oh, komm! 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 Ich habe das. Komm! 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 Das war's für heute. Danke. Wait till he stops moving. Dude, ich versuch so viel zu blocken. Das war's für heute. Ich hatte sie gerade nicht getroffen, mein Burn. Und wo ist meine Barriere hin? Wollen wir keiner von meinen jetzt eine Barriere? Hat es nicht geklappt? Hat er eine Fähigkeit, mir das alles wegzunehmen? Oh, Soldier Muguglas. Äh, nee, machen wir weiter. Der Haste. Wie mein Feuer nicht trifft, weil er immer genau dann wegspringt. Das war's für heute. Jetzt hat er mich. Ich denke, es ist aber... Unglaublich. Oh-oh. Was ist anders? Er steht aufrechter. Warum hat Eric nicht Cloud gehalten oder hat Cloud wieder so viel Schaden? Was passiert? Summon Bahamut. Zeitsparen, irgendwie. Für mich. Was? Ja. Aber das ist echt kapoffert. Ach. Was ist das? Ich bin jetzt kapoffert. Wir haben jetzt kapoffert. Das war's. Ich bin jetzt kapoffert. Ich bin jetzt kapoffert. Ja. Nein, nicht mich... Oh Gott ich werde cloudfahren . Wo ist das, wer ist das. Phoenix Draft. Ein Baha-Mood, ey, kann ich volle Kanne mit. Oh Gott. Where is that limit? Das ist verdammt geil, wenn er... Oh Gott. Healing Wind. And treat the planet's favor to nullify physical damage, der zu all party members. Das, oder soll ich mich heilen? Nee, planet's protection. Neuer Effekt, was hat neuer Effekt? Wo ist dein Balken? Er ist, ist er, ah, er ist gerade nicht, er wäre fast gestaggert und dann Gigaflare, das wäre es gewesen. Oh, er ist nicht gestaggert. Ohohohoho. Baha-Mood ist so geil. 8000. Und mal mit einem Stagger, weil ich so krass gewesen. Ja, jetzt ist er gestaggert. Natürlich, natürlich. Mach ich jetzt... Warte, ist der immer noch? Ja, der ist immer noch Feuer. Komm on! Ah, so knapp. Die Limit und Bahamut haben sehr geholfen. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, 2000. Ah, ich hab grad sehe ich keine MP mehr. Krass. Das ist so eine Killer-Attacke, die mich jetzt komplett killt, oder? Was geschieht? Wo war meine Synergy hin? Ist die weg? Aerith kann schon wieder Limiten? Feeling Wind. Perfektes Timing. Nicht so gut, wie ich gehofft hab. Synergy. Mega Mugelman. Schaden. Wie geil diese Attacken sind. Einfach so übertrieben. Ich warte noch auf diese... Es gibt auch... Final Fantasy VII ist bekannt wie diese eine Attacke, wo einfach das ganze Universum einstürzt. So. Schließt du dich jetzt uns an. Ich kenne deine Geschichte. Vincent Valentine. Former Turk. Stumbled on your file in the company database. There's a reason you're alone in the dark down here. And that reason has something to do with Sephiroth. Am I right? Das ist nichts von deinem Business. I only ask because you might want to come with us. I don't know whether Sephiroth is dead or alive or something in between. All of the above. But I do know if I stick with this lot, I'll find out one way or another. Is this how you want your story to end? Is this how you want your story to end? I don't know if you want to come with us. I don't know if you want to come with us. I don't know if you want to come with us. Hey Space Cadet. Come on. Bairu is schuld an dem Raid. Nairu? Danke Nairu. Can I just not more in? Woher I have the Popschutz? Google. It's not a person who is officially or something. He is actually from Wish. Also, ich weiß aber nicht, wie ich den gefunden habe. Du musst einfach Blue Microphone Popschutz machen. Und dann kommt halt super viel das Standardzeug. Aber irgendwo ist dann auch das. Aber das habe ich jetzt schon seit vier Jahren oder sowas. Kann sein, dass es das nicht mehr gibt. Oder jetzt mehr davon gibt. Aber du müsstest einfach Blue Microphone Popschutz oder Pop. Pop Filter eingeben. Nee, Offizier gibt es das nicht. Das ist auf Wish von irgendwelchen Chinese Stores fabriziert und kostet drei Euro. Aber das bringt auch nicht viel. Ich habe auch so einen Handschuh. Was habt ihr gemacht, Knirschko? Das sieht fast so aus wie seine Villa, wo wir verführt wurden im Remake. Jetzt nicht mehr. Wo oben war ich nicht. Okay. Was für ein dummes Kapitel, wo Vincent cool war. Aber der Rest war echt lame. Und das war wahrscheinlich noch nicht mal das komplette Kapitel 12, oder? Well, it ain't like it go down. 12? Schlag ihn. Oh. Oh, it's on. So, where is it? Aye. About that. What's the matter? You ain't been bluffing this whole time, have you? No, that's not it. We could go there right now, if you really wanted. Hm? But before that, would you mind a quick trip to the saucer? Oh. What? Why would we want to go there? To even set foot inside the temple, we'll need to get our hands on a relic called the Keystone. Trouble is, it's been missing for nearly 20 years. So, any guesses as to where it was last seen? The gold saucer. I know, it's a stretch. I know that I'm not. But it's the only lead I've got. Then let's follow it. We trust you. You do? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Well, if we gotta. Once we're good, let's get a move on. Right. Man. Eine Milliarde für Cap-Off. Ja. Wenn du wirklich wissen musst, dass was für eine Haarpracht sich darunter befindet. Möchtest du schauen. Ich hab Spider-Man gespielt. Welcher Spider-Man? Oh nein, ich dachte du bist weg. Töd. He's back. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Marvel Spiderman. Ja, da gibt's drei eigentlich, glaub ich. Warum hat er ein Tattoo jetzt? Oh, der bekommt weiße Haare, der Motorradboy. Er wird es dafür. Es besessen. Cool. Der ist wie ich, sich extra schwerer machen. Oh, Sack. Was machen die alle da aus dem Weg? Was bist du eigentlich? Wir haben beide getroffen. Ich kann nicht blocken dabei. Blade Burst geht noch gar nicht. Also doch. Okay, das war der Weg. Wie zu slow ist die schnellste Attacke? Ja. Okay, 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 okay. Aber ich habe nichts zum heilen. Heimlich. Ich muss Items benötigen. Hey, blocken kennt er gar nicht, Blade. Oh Gott. Oh was? Tschüssi. Bye Rilda. Tschüssi. Er liebt einfach Kämpfe. Ja, der wirkt ziemlich aussichtslos gerade so spontan. Vielleicht muss ich mir Heilung geben oder ich muss einfach nicht an den ran, sondern nur Magie benutzen. Aber sobald er die eine Attacke macht, hat er 600 Schaden sofort. Puh. Hm. Was ist das? Ich konnte nichts tun. Ich habe auch keine MP. Ich bin auch nicht geheilt einfach. Ich habe mich halt nicht geheilt. Das blockte einfach. Können wir das nochmal machen, bitte? Für Art habe ich natürlich geachtet, die Kämpfe davor kaum MP mit Cloud zu nutzen. Jaja, das musst du da machen. Da drin war doch. Da ist meine Bank. Ich habe keinen Bock umzuskillen, das geht schon. Ich mache aber ein paar Mal Firaga. Ich habe gar keinen Firaga. Fira. Was für eine Attacke ist das? Zorro! Ich hab nichts gesehen, einfach. Oh, das ist eine Hand, die einen packt an, krass. Cool, mein Vierer ist weg. Kannst einschlagen. Wow. Der, wie er zweimal hintereinander meinen Vierer einfach cancelt. Ich komm ran, er schlägt. Wehe. Mein Vierer ist zum dritten Mal weg. Aber schlechtes Timing, aber er macht halt nur Angriffe. Können wir jetzt einmal Vierer machen, bitte? Um zu sehen, wie es ist. 800 Schaden. Sorry. Brace yourself. Er gönnt mir kein Vierer. Das ist so krass. Schon wieder. Er greift so schnell an. Ich kann keine Magie laden. Wow. Aber es geht schon. Muss nur besser sein. Er greift nur an. Hallo, Jesse. Hallo. Gönn mir, komm. Warum? Wie schnell greifst du an? Woh-Wi. Ich mache keine Magie mehr. Ich kann keine Attacke machen, wo die Magie lädt. Ist das Wetter in Irland auch so bescheiden? Nein, es ist sehr schön hier. Ich bin so sauer. Ich bin so sauer. Oh mein Gott. Da könnte ich Vierer machen. Ich probiere es jetzt noch einmal. Danke. Es ist nicht so stark, wie ich gerne... Oh, es ist kritisch. Ich kann auch mal gucken, wie es läuft, wenn ich Punisher mache. Nicht gut. Nope. Ne, vergiss es. Wenn der nicht außer Gefecht ist, kannst du keine Magie machen. Ich bin so stark, wie ich bin. Oh, ich will den angreifen. Ich will nicht geben. Bereit? Wow. Einige Hero, die du bist. Best of Final Fantasy ever. Das ist genial. Es ist halt kein rundenbasiertes Spiel aus 1995. Das ist halt kein JRPG, sondern ein Action-RPG. Ist mega geil. Aber ich mag auch solche Spiele, ich mag nicht mehr die oldschool JRPGs. Ich bring mir gleich Heilung bei, wenn das jetzt nicht gleich was wird. Was soll ich denn mehr machen als blocken? Was soll ich denn? Warum bist du da hindurch? Ich hab geblockt. Hat er euch nicht blockbar. Was soll ich denn? Was soll ich? Oh, ich war so weit weg. Was soll ich denn? Nein, nein. Die heilen so wenig. Oh Gott, hier ist die Seite. Oh Gott, ich hab Limit, ich hab Limit, ich hab Limit. Ich hab also noch mehr ein Körper zu behalten. So viel zu warten. Das ist aus meinem einen Ding geworden, dass ich immer einen KP übrig habe. Ich hab's gleich. Manche haben darüber geklagt, dass es ständig abschmiert. Hä? Das Spiel schmiert gar nicht ab, was? Noch nie abgeschmiert. Ist perfekt, es läuft perfekt, flüssig. Hä? Also Leistung und Grafik von dem Spiel ist fabulös. Noch nie gehört, dass es da irgendwie schlecht läuft. Hallo Muck. Diese dumme Zoller-Tagay. Gute Nacht, Prani. Block dich, ey. Ich bin da so langsam. Was muss ich machen, dass der da staggert? Ich hab' den angegriffen nach der Attacke. Diese Zorro-Attacke. Ich komm' nicht weg. Das ist ja geil, dass ich aus Versehen noch einmal angegriffen hab. Sonst hätte er mich getroffen. Oh, ich bin zu weit weg. Oh, geblockt. Mann, Mann, Mann. Wie blockt er so gut? Ich nicht. Block. Ich gebe ihm jetzt das Limit. Du bist aus Verhalten. Was ist denn? Blockt er das gerade alles? Okay. Okay, 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 okay. Mein Herz. Du bist okay? Liegt es dann an den Konsolen? Ich weiß nicht, es sind halt einfach von Millionen von Menschen, haben halt ein paar Pech. Es ist halt nicht mal ein Prozent, die Pech, und dann halt einfach ein Bug aus Versehen irgendwie. Keine Ahnung. Okay, 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 okay. Schneller. I gotcha now. Easy. Ich hab zwar Heile Items benutzt, aber... Roche. 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 Was ist jetzt endgültig mit ihm, oder kommt er in zehn Minuten wieder? Jetzt wird er so gegessen von denen. Wo kommt die Kutte her? Wo kommen auf einmal Kutte her? Ich hab's nicht mehr ausgegeben. Das ist die Degredation. Herr Langsklau, du willst nicht zu nem Kuppen, Mann. Das wird dir nicht passieren. Nichts warte. Ja, sie ist richtig. Du wirst einfach gut sein. Komm schon. Der gelten Schraub ist um die Kutte. Und die Kutte. Ja. Ja. Cooler Kampf. Nerviger Typ. Komplett frei erfunden. Aber ich hätte ihn lieber gern mit seinem Motorrad kämpfen sehen. Oh ne, jetzt kommt Zack, oder? Schau. Nee. Jetzt ist nicht Zack. Supporter des Shinra-Resistance-Kommittes. Mein Name ist Glenn Lodbrock, ein Repräsentator des Wutai Interim-Government. Die Zeit ist über uns, wenn wir aufstehen, um die Tyrannien zu konfrontieren. Ein paar Tage vorhin, Junon's Kanon fuß. A message. A declaration by Shinra's new president, that he, like his father before him, would rule by fear. What's more? We recently learned that he had sanctioned the development of living weapons grown within the Mako reactors that provide power to your homes. Alarmed, we decided to seek answers. And in accordance with the ceasefire treaty, our government sent officials to investigate. Shinra promised their full cooperation. But when our inspectors duly arrived, they were mercilessly slaughtered. The footage you are about to see, was taken from inside one of the reactors. I mean, it's not changing, but it's all more fleshed out. And so. I have from Wu-Tai also really really was mitgekriegt, als ich das Reunion gespielt habe. The insect. And so. We don't have our enemy military power. Never mentioned. A rightful fury burns in each of our hearts. Now it's suddenly... Now it's suddenly... that guy is totally new. Because he's basically the leader of these Kutten-Men's people. But we check... Also, we don't know exactly what these Kutten-Men's people are. And then, put the city of Mako and Misery to the torch! And so. Irgendwie... Tut man so, als ob man den kennt, aber ich kenn den nicht. Ist das vielleicht der Bruder von Rufus? Saruf? Rufus? St. Bruder. Oh. Who exactly is this Saruf? The invisible man? Regrettably, we have no intelligence to present at this time. Then you clearly aren't looking hard enough. Look harder. Ma'am. What about that Glenn... What's his name? Glenn Ladbrock, ma'am. Ex-soldier. P-zero class. A prototype. Fifteen years ago, he was sent to Rador on a geological survey, which ended in failure and led to his defection. Heh. A spineless deserter nursing a grudge, then. Subsequently, Ladbrock took to the road, seeking to forge connections with others who shared his anti-Shinra sentiments. If you mean avalanche, they're dead and buried. I'm afraid I do not, sir. The fall of the Republic triggered a spate of uprisings in the surrounding regions. We suspect the SRC is largely comprised of forces who were defeated during the unrest. Well, who could blame them? They fought against the Republic in the name of freedom. But when the smoke finally cleared, they found themselves under the heel of a new oppressor. Why, I'd be more surprised if they didn't hate us. The ancient is on route to the temple as we speak. Pursuing her is our top priority. She will guide us to the promised land. One way or another. Hmm. Regarding the speech, sir, many will interpret it as a declaration of war. And given that it was a worldwide broadcast, it would be prudent to issue a response. I intend to make a statement. Tseng, if you would. Sir. I have always Tseng said. Oops. Tseng. Who is he? We have, we have, we have, we have, we have to, we have to learn. He was not Aerith's father or so. No. No. So. How exactly are we supposed to go back to the saucer? All the mountains and valleys in the tree are definitely not on foot. It's just too far. Rots, Kitsef? No. Rots? No. Hey Kat! Thoughts? Huh? Um. Well. You see. Look. Smoke. Maybe someone's trying to call for Sid? If so, let's hit your ride. Phew. Breaking news at this hour. Breaking news at this hour. We are still in the same chapter. I thought I would be close to chapter 14. I'm getting close to the protorelic energy signals from a group. You are? Indeed. I don't care, Chatly. So, check out. How various students. Chatly, Chatly, Chatly. Okay. So viel Stuff jetzt hier. Illegal Broadcast. Warte mal, gibt's hier ein Klavier? Oder ist das woanders? Hier gibt's kein Klavier. Hier gibt's nur zwei Leute, die Karten spielen wollen. Headchefs Request. My White Haired Angel. So heißt sie, Quest. Hmm. 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 Nebel. Kommen wir noch höher dann? Ach der, sehr stimmt. Wie soll's zurück zum Smoke Center. Wie soll's zurück zum Saucer. In response to last night the illegal broadcast by the FBI, President Rufus Shinra helped an emergency press conference this morning. Hey! Stood up? Nope, waiting on you folks. Something I wanted to ask. Vincent, warum bist du nicht mitgekommen? About your mother. Her name's Afona, right? Maybe. So what? That sounds like a yes to me. I called it the second I saw you. Boy, am I ever glad I sent up smoke. Tell me, how's she doing? Good? No, she's dead. Warte, was? We have them just seen. Nein. Denkt sie, sie ist tot? Warum sagt sie das? Oder redet sie von ihrer echten Mutter? Nein. One time, though, I came across a pretty young thing. With a little girl in her arms. That was you, wasn't it? Probably. You were knee high with Tonberry. And I was what? Oh, it's a smoker, right? I've wagered. Oh, I'm not with us. Oh, did they just see her? Was that not a old one? Was that not a old one? Hey, Missy. It's Aerith. Aerith. Is there anything I can do for you? Flying for free. I want to help. What? Why? I was just trying to do right by you. Is your father. Flying us around will be more than plenty. Thanks. Er soll mitkämpfen, mom. Then again, if you're just dying to hell, you could take us to the salsa. For free. For free? It's fine, we'll pay. No, it's on me. When you want to head to the saucer, just give me a holler. Why is it now for free? Is it always for free now? I can't see it now. I mean, it's always 300. It's not so expensive. Hey, good to go. Let's get a move on then. Uh-huh. Huh. An eight? Oh! Yes! Yes! You said that Sephiroth is your foe. I have Wu Tai gesagt. I have a history with him. Unfinished business. Is he bothering you? Want me to give him the boot? Try to screw us over and you're a dead man. Is he really a part of us or chillt he just with us? I don't think we'll get another character. Please. Take a seat. Was it in the original also so, dass der dann erst dazu kommt? Ne, der ist doch direkt da unten dazu gestoßen dann. That's a tall order for most pilots. Mein Gehirn. Draußen ist Freiheit. Hey, Sid. I was wondering. Could you tell me a little more about my mom? Sure. I was greener than Mako when I met a Fauna. She took my heart for a spin. Not you, Sid. Aerith. Yeah? What happened to your mother? She gets sick? Doctors always said she had a weak constitution. And trying to escape didn't help. I think she just pushed herself to one, so that I could be free. I'm sorry. She went out on her own terms. Did she? Even if she didn't, you should honor her memory by enjoying the life she gave you. Yeah. Thanks. Hey, don't know if y'all heard. Wu-Tai has finally made a move against Shinra. Might be war. I'm trying to escape, but it doesn't work. It's just a loading screen. Good. War isn't worth celebrating. Ever. Exactly. This will affect everyone. Or the worse. It's like when Sephiroth shows up. Nobody wins. Uh. On a related note. If war is officially declared, it will be long before borders start closing. So, if you've got somewhere to be, you might want to get a wee shuffle on. Oh, let's go. What the? Sid? Hey, Sid? I heard you the first time. Just sit tight. Everything's under control. Huh? Ah! Ah! I said just sit tight. I think they're from their right mother. Ah! 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 Boah! Hello! This Bronco is about to burst! This Bronco is about to burst! This Bronco is about to burst! Hey Landon, you can swim away from! You almost killed us! Vincent busts ja irgendwie grad null rein, weil's immer so Slapstick mäßig ist. Oh, dieser Goth! Dieser Vampir da so mittendrin! You're not Murasaki! Chapter 12! Wir haben doch heute ein Kapitel geschafft! Das ist ja unfassbar! Ein Kapitel in vier Stunden! Ohne Abwege! Und nur... Zwei Bosse hab' ich glaub' ich mehrmals probieren müssen! Können wir jetzt nie wieder fliegen? Vielleicht schließt sich jetzt Hit uns an und jetzt sind wir wirklich die vollen... Neun? Sind's echt neun die man ist? Wie und er repariert das Flugzeug? I doubt it! Als ob! Was? Beide Flügel sind quasi abgebrochen gewesen! Oder zumindest explodiert! Hehehehe! Sounds good! Yeah, but... The wings are still broken! Exakt! Hover! Only one man has mastered the land, air and sea! You're looking at it! You got that? Okay, okay! Fair! So, you can think of me as the captain of your ship! Strap on in and we'll punch through the chop! Aye, aye! Bikinis! Bikinis! Matrosen-Outfitte! Wann haben die anderen jetzt vielleicht auch alternative Sachen? So, die Katze? Roger that! Full speed ahead! Okay, wow! INBERG. Okay. Bikinis. Around 20 Jahre назад, noch ein Confederate der Firma st Photoshop wollte diese SMITH-Anzüge improve Jesse-Anzüge diye Heldom in. Am der R Als Magister-Osher logged in. Oh, da waren wir, da oben. Ah, jetzt kann ich hier die restliche Gilgamesch-Sache machen. Ich bin hier ein paar Mal. Nach dem Museum, der All-Deal war die Motive, nur um wieder zu beenden und der Sausser kam. Es wurde als Direktor in No-Time gemacht. Eine wirkliche Geschichte von Rags-to-Riches-Story. Alles, was wir für den Sausser sind. Hey, Sid, habe ich gehört richtig? Du warst mit Shinra? Wir haben immer, auf der Zeit. Die Leute haben ihre Worte. Das wird ein Problem sein. you see we don't take kindly friends of the company and I don't take kindly to that tone of yours man who tries to lower his power over me is gonna wish he didn't that's what's appealing about the skies got them all to myself rats can have their race in the world and never much here for the squeaking anyways I miss the wild blue yonder dearly had man nicht ein Schiff am Ende mit dem man rum geflogen ist ein 7 was das nicht ist I hope Johnny's all healed up by now and that his hotels found its uh... you like that chance kid probably got grifted again and is crying himself to sleep every night ein Stück später das ist nicht der Bronco kann ich jetzt wirklich Vincent spielen? zeig thank you for choosing Bronco Cruises we sincerely hope you enjoyed your trip with us Cruises? I thought it was Bronco Airlines not after his wings got clipped hahaha seriously we really appreciate you ferrying us around ihr most welcome hey y'all are headed to the saucer innit? wir sind komplett Leichte Truhe hinter uns. Okay, wir sind nicht komplett. Man! Das ist mehr, als genug. Du meinst mich? Oh, Cloud. Ah, jetzt können wir komplett fasttraveln und müssen nicht mehr fliegen. Oh. Ah, und hier sind die ganzen Minispiele jetzt neu. Wie zum Beispiel das Motorradspiel. Combat Simulator. Alles ist anders. Alles ist besser. Heim in ganz Costa del Sol ist aufgefallen, dass da eine Truhe steht. Ja. Das riecht aus Wasser. Und nicht der frische Kind, auch. Das Geräusch riecht. Das Geräusch riecht. Wirklich? Ja. Grams hat mir einmal erzählt. Vor kurzem, als die meisten Leute haben ihre Leben auf dem Meer, eine Krieg mit einigen Piraten. Ich meine, wie Sie denken, dass sie mit Piraten kamen? Das ist auf eine richtige Geschichte. Wie soll es das? Willst du es hören? Ja. Warum nicht? Hm. Ich frage mich echt, ob das der gleiche Synchronsprecher ist. Nein, wir wissen noch nicht, was mit Zack ist. Warum er lebt. Achso, wir können es uns denken. Aber erklärt es nix wirklich. Warum passiert das gerade? Warum passiert das gerade? Ist das irgendwie ne krasse Sidequest? Also lebt er doch noch und ist nicht in dem einen Teil gestorben? Ja doch, er ist auf jeden Fall gestorben. Und die Frage ist halt, warum es, warum er in dem einen Universum lebt. Ich kann es warten. Ich kann es warten. Ich kann es warten. Aber nur, weil Cloud so gut aussieht in seinem anderen Outfit. Nicht wegen den anderen beiden. Drei. Vielleicht hat Vincent ja ein Outfit. Moment. Oh yeah. Moment. Die sind schon umgezogen? Die sind schon umgezogen? Nice. Aber kein Vincent. Das wäre so lustig. olgst kindelisch. Segways. Yup. Nicht nur Segways. Och und nicht etwa. Halbnackte Girls! Das tut mir leid, aber hallo! Das ist so krass. Ich werde mich da nicht dran gewöhnen. Komm mit, Girls, komm mit. Los. Let's cruise. Girls, let's cruise. They see me rolling. Muss man bei Johnny vorbeischauen. Wo ist der nochmal? Eins weiter, oder? Nee, nicht eins weiter. Sexy finde ich den Janu nicht. Ich rede ja auch von Tifa. Wer redet denn von Cloud? Äh, wo geht's nochmal? Da? Oh, jetzt können wir einfach durch. Verdammt. Angezogen sieht er besser aus. Hallo? Entschuldigung. Wer sieht hier angezogen besser aus? Tschüss. Nein. Johnny! Film und Fernsehen. Mal schauen, wie viel habe ich hier schon geschafft? Wie ist der Galicia? Wie ist der Galicia? Wie ist der Galicia? Rufus Shinra Cutout. Loveless Poster. Geil. Chocoboos. Play Arts Sweeper. Play Arts Buggy. Krass. 13 von 88. Okay. Keine Ahnung, wo Vincent hin ist. Aber das war's für heute. Das war lang genug. Wir haben ein Kapitel geschafft. Ich dachte wir schaffen heute locker zwei. Aber jetzt müssen wir zurück in den Golden Sorcer und dort Minigames wahrscheinlich schaffen. Und vielleicht ist dann da auch die Riesenradfahrt mit der Person, mit der wir am besten befreundet sind. Was im Moment Arisu wäre. Barrett wäre aber lustiger. Er stand am Eingang bei der Auffahrt. Wir können glaube ich hier eigentlich einfach schnell reisen. Trouble in Paradise. Nicht bei uns. Ich und meine Girls. Wir verstehen uns super. Hier? Wir sehen uns morgen, Leute. War es ein Terrorattack von Alarant? Oder vielleicht war es nicht. Hier ist kein Vincent. Helikopter? Was ist denn für ein Helikopter jetzt? Wo führt der denn hin? Ach der führt zum Golden Sorcer? Ja, okay. Alle unsere Rendezvous-Wheelies sind gerade genommen, Faults. Keine Ahnung wo mein... Ach, da ist mein Boot. Hallo Feli. Habe ich spontan dazu entschieden, nächste Woche fünf Tage Irland zu erkunden. Bin gespannt, welche Ecken ich sehen werde. Wenn du... Bin gespannt, welche Ecken ich sehen werde. Du solltest vorher wissen, was du anschauen willst. Wir können ihn nicht anreden, Leute. Wir können ihn nicht anreden. Naja. Lass das Bild machen. Mit Vincent. Könnt ihr euch ein bisschen positionieren? So, für uns. Okay. Ähm. Ich plane nicht, ich bin nur mit dabei. Achso, okay, 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 okay. Wenn ihr irgendwelche Infos haben wollt, gebt Bescheid auf Discord oder so. Aber die Sachen, die ich sagen würde, sind auch die Standardsachen, die das Internet empfiehlt. Klar ist Vincent schüchtern. Sehr stumm, der Kollege. Deswegen mögen wir ihn. Aber wisst ihr, wen wir noch mehr mögen? Tifa. My girlfriend Tifa. Oder? Hey. Hey. Bleib. Wie sie im Abstand nimmt. Oh Mann. Okay. Das war's. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen Abend. Und dann spielen wir es durch morgen Abend. Mhm. Mhm. Airbnb und dann spontan schauen ist doch ganz entspannt. Ja. Aber viele Sachen muss man halt im Vornherein buchen, wenn man sie machen will. Bevor sie ausgebucht sind. Wochen vorher. Ja, wenn man einfach nur chillig rumlaufen will, dann klar. Okay. Bussi. Bye bye. Schöner Abend. Schönen Freitag. Bis morgen Abend. Wir machen hier weiter. Und in der Zwischenzeit schneide ich ganz viele Gen 5 Videos eins. Und... Shiny Hunter Deoxys. Bye. Buh buh buh.